Nulleinspeisung, autarke Wohnquartiere, autarke Straßenzüge, Inselbetrieb. Dieses Thema hatten wir bei der letzten Ausgabe von Leben mit der Energiewende und es gab Ihre Fragen dazu, die wir heute in der Sendung behandeln wollen. Dazu nochmal bei uns im Studio. Mr. Energiewende, Holger Laudelei, recht herzlichen Dank nochmal bei uns hier im Studio. Und wir wollen heute zu den Punkten einfach die Fragen so ein bisschen durchgehen. Erste Frage eines Zuschauers. Wie kann es sein, wenn beste Sommerzeit ist und man ein wenig draußen sein kann, dass Herr Ferenzki so gut gebräunt ist und Holger Laudelei so weiß im Gesicht? Machen Sie Urlaub im Keller? Also grundsätzlich hasse ich Sonne wie die Pest. Und ich bin nicht so drauf wie Sie. Sie sind ja viel an der frischen Luft. Ich nicht. Muss ich nicht haben. Also ich halte mich viel da auf, wo keine Sonne ist. Die Frage habe ich mir gerade ausgedacht. War klar. Wie machen Sie das denn? Gehen Sie in Ritterhude im Keller, um sich zu bräunen? Nein, ich will ja gar nicht braun werden. Naja, legen Sie sich im Keller ein, damit keine Sonne ans Gesicht rankommt. Ist dann Liegestuhl im Keller und dann liegt man da und so weiter und so fort. Ach was, Quatsch. Ich bin hellhäutig und ich kriege sofort einen Sonnenbrand. Nein, das liegt daran, wenn man ständig im Keller rumkramt und rumläuft, um da irgendwelche Anlagen zu installieren. Sie sprechen auf die Installation an, dass wir uns quasi immer im Keller befinden. Wir liegen nur im Keller. Ja, aber Sie sind ja braun. Sie filmen nur im Keller. Wie kann das denn angehen? Ich lasse im Keller filmen. Kennen Sie das Buch von Christiane Nöstlinger? Wir pfeifen auf den Gurkenkönig, der lebt auch im Keller. Ein bisschen leben Sie im Keller. Ja gut, unsere Installationen finden da statt. Aber dafür ist meine Frau natürlich immer auf dem Dach. Ja, die muss oben drum. Es gibt es schön bei dem einen Film, wie sie da oben auf dem Dach die Module da rumtreibt. Das ist schon beeindruckend. Ja, einer muss es doch machen. Okay, jetzt kommen wir aber zu den echten Zuschauerfragen. Liebesbleichgesichtlaudelei. Wir fangen an mit dem Gerkenhof und deshalb nochmal kurz eine ganz, 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 ganz kurze Zusammenfassung zum Gerkenhof. Hier wird ein neues Stück Energiewendegeschichte geschrieben. Null Einspeisung. Ein großes Gut für Pferde- und Rinderzucht. Mit Land- und Forstwirtschaft versorgt sich selber mit Energie. Gut Gerkenhof, Kirch-Lindeln in Niedersachsen. Holger Laudelei von Laudelei Betriebstechnik sorgte dafür, dass hier die Energieversorgung aus dem Netz praktisch keine Rolle mehr spielt. Es gibt zeitweise dermaßen viel Eigenenergie, dass die Speicher randvoll sind und die PV-Anlage sogar abgeregelt werden muss, um nichts einzuspeisen. Wir haben hier eine Besonderheit beim Gerkenhof. Wir führen hier eine sogenannte Nulleinspeisung durch. Das heißt, der Gerkenhof hatte früher einen Verbrauch aus dem Netz von 250.000 Kilowattstunden. Und das war auch eben nicht wenig Geld, weil wir hier auch schon sehr, sehr hohe Strompreise haben. Und wir sind mit dem Eigentümer, Herrn Rudert, dann übereingekommen, hier eine sogenannte Nulleinspeisungsanlage zu bauen. Das heißt, eine sehr, sehr große Photovoltaikanlage mit einer Windkraftanlage zusammen, die aber leider im Moment noch nicht errichtet ist, weil wir auf die Baugenehmigung noch warten. Und es ist hier so, wir sind vom nächsten Travo, der diesen Hof versorgt, etwa 1,2 Kilometer entfernt. Und diese Entfernung ist so groß, dass wir hier keinen sehr großen Hausanschluss bekommen. Deswegen haben wir uns entschlossen, auf diese Nulleinspeisung zu gehen, weil wir jetzt den Vorteil haben, dass wir eine sehr, sehr große Anlage bauen können und die Energie dann so nutzen können, wie wir sie gerade brauchen. Und ich habe gerade eben raufgeguckt aufs Handy. Wir laden im Moment noch die sehr, sehr großen Akkus. Wir haben hier einfach 156 Kilowattstunden Speicherkapazität und die große Photovoltaikanlage, die als neue Anlage errichtet worden ist, hat zurzeit die Akkus geladen. Die Altanlage, eine 30 kW Anlage aus dem Jahre 2014, die darf natürlich noch ins Netz einspeisen. Die Neuanlage darf es nicht. Und der Vorteil darin liegt natürlich, dass ich hier gerade im Diffuslichtbereich so weit den Hof versorgen kann, dass wir auch bei sehr, sehr schlechten Lichtverhältnissen den Hof zu 100 Prozent versorgen können. Mit dieser Konzeption erreichen wir eine Autarkiemöglichkeit zwischen 95 und 98 Prozent. Und das ist also sensationell für so einen großen Hof, zumal wir hier das gesamte Netz des Hofes, es sind ungefähr 10 bis 15 Gebäude, die werden alle jetzt von dieser neuen Energiezentrale versorgt. Wir sind hier in der Technischen Verwaltungszentrale vom Gärtenhof und wir haben hier die E3DC Quadroporte Speichersysteme mit 156 Kilowattstunden Speicherfähigkeit. Das sind sogenannte AC-Systeme, also Wechselspannungsspeichersysteme. Und hier sehen wir die Verteilung für die Systeme. Jedes System hat seinen eigenen Automaten. Es sind ja ganz, ganz viele Batterien in den Systemen drin. Und wir haben hier eine Ausspeiseleistung von insgesamt 27 kW und kurzzeitig sogar 36 kW. Hier vorne haben wir die E3DC Wallbox, eine von vieren. Diese E3DC Wallbox ist die erste, es werden noch drei nachgerüstet und der Hof wird irgendwann Stück für Stück umstellen, seine ganzen Fahrzeuge auf Elektrofahrzeuge. Es geht um flexible Regelungen, um virtuelle Synchronmaschinen. Also Wechselrichter mit spezifischen Steuerungs- und Regelungskonzepten, die den jeweiligen Erzeuger am Netz statisch wie dynamisch wie eine elektromechanische Synchronmaschine erscheinen lässt. Darauf aber ist unser derzeitiges System noch gar nicht ausgerichtet. Die heutige Ankopplung der Wechselrichter ist vom Konzept her veraltet. Neue Normen müssen her, mit denen man erneuerbare Energiesysteme flexibel zubauen und in das Netz integrieren kann. Machbar wäre das alles. Das ist die Zukunft der erneuerbaren Energien, die gilt für Afrika genauso, deshalb kommt das da auch nicht voran. Das heißt, man hat keine intelligenten Wechselrichter oder Speichersysteme, die man beliebig zusammenstecken kann, erweitern kann, ohne dass man untereinander kommunizieren kann. Hätte man das, hätte man quasi einen Kraftwerksverbund, so wie bei den klassischen Energieversorgern. Und das muss das Entwicklungsziel sein. Was den Gerkenhof so einmalig mit seinem Konzept der Eigenenergieversorgung macht, ist die realisierte Steuerungstechnik. Denn die Wechselrichter, Stromspeicher und alles müssen einerseits den ganzen Hof versorgen, auf der anderen Seite mit dem schwachen Netzanschluss zurechtkommen und darauf achten, dass die massiv produzierte Energie bei einem Überschuss nicht in die schwachen Leitungen gepresst wird, sondern alles in einem ganz eigenen Kreislauf bleibt. Das heißt, wenn das Netzproblem nicht da wäre, wäre es eine klassische große Photovoltaikanlage, die Energie speichert. In dem Fall ist es aber so, dass die auf Einzelkomponente geregelt sein muss, um eben die Netzzuleitung vom Energieversorger nicht über Gebühr zu belasten. Und die sogenannte Nulleinspeisung wurde gemacht, um einfach nur Strom zu sparen und keinen zu verkaufen. Sprich, man hat eine Leistung zugebaut, man hat Energie selber erzeugt, ohne dass man das Netz an sich ausgebaut hat. Das heißt, man hat eine intelligente Lastabschalt- und stufenlose Lastregelung, die man mit dem Energiespeicher und mit den Photovoltaikwechselrichtern von uns im Sekundenbereich zulassen konnte. Das heißt, der Energieversorger hat es zugelassen können, dass ein Energiesystem in einer Größenordnung von 150 kW Leistung und auch ungefähr in der gleichen Speichergrößenordnung dazu gebaut wurde, ohne dass der Netzanschluss ausgebaut wurde und dass entsprechende Mittelspannungstransformatoren zugebaut wurden. Und das ist sozusagen ein Novum und das bedingt eine hochschnelle, modulare und sichere Regelung und ein entsprechendes Messkonzept, was Firma Laudelei in einzigartiger Weise hier umgesetzt hat. Das ist der Grund, warum der Gerkenhof in der Energiewende Geschichte schreiben könnte. Denn dieses Konzept schreit geradezu nach Nachahmungen. Mit dem Projekt Gerkenhof haben wir gezeigt, wie es möglich ist, die Energiewende in ländlichen Gebieten umzusetzen, ohne dabei die Netze auszubauen. Wir können hier mit Energieformen wie Photovoltaik, Windkraft oder anderen Formen arbeiten, um die nötige Energie bereitzustellen, die notwendig ist, um so einen Hof wie den Gerkenhof zu betreiben. Und das ist halt etwas, was wir als Blaupause ansehen können für den Rest der Region oder auch für den Rest des Landes, um hier entsprechend vernünftig in Zukunft arbeiten zu können im Sinne der Energiewende. Ja, wirklich ein tolles Projekt. Wir haben es ja ausführlich besprochen und das sagen auch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Und die erste Frage kommt tatsächlich von einer Zuschauerin. Und das Irre ist, Herr Laudelei, mit solchen Projekten machen Sie den Leuten natürlich den Mund so richtig wässrig. Und Vera Kremring fragt, hallo, super Beitrag mit allen Beteiligten. Ich hätte da eine Frage zu dem Thema Autarkie. Wie groß sollte die PV-Anlage und der Akku sein, um bei einem Verbrauch von circa 10.000 Kilowattstunden im Jahr auch autark zu sein? Beste Grüße aus Herfurt. Ja, das ist ganz einfach. Was jetzt leider fehlt bei der Dame, wir freuen uns immer mal, wenn wir weibliche Zuschauer mal haben in der Fragestellung. Wir haben nämlich sehr wenig weibliche Zuschauer. Aber es fehlt natürlich, ist ein Elektroauto geplant oder nicht? Also könnte es sein, dass eventuell noch mehr Leistung dazukommt oder mehr Kilowattstunden? In der Regel kann man auf die 10.000 Kilowattstunden bezogen ganz einfach sagen, Anlage muss überdimensioniert werden. Also bei uns wäre das dann etwa 20 kW Anlage. Okay. 20 kW Peak und ungefähr 26 Kilowattstunden Speicherung. Das würden wir so bauen. Aber dann ist man ja nicht zu 100 Prozent autark. 100 Prozent schaffen sie nur, wenn sie die Winterlücke schließen können. Und da muss dann halt ein Blockheizkraftwerk her. Ja, zwei Fragen fassen wir gleich zusammen. Von Stefan Fikar und von Christian oder Christiane Fucht. Da heißt es, zahlt man so dann trotzdem Eigenverbrauchssteuern und tolle Anlage? Muss man für den Selbstversorgungsteil, also den mit der Nulleinspeisung, EEG-Umlage gezahlt werden? Oder ist das als Inselnetz ausgeführt? Das heißt, nur der alte Teil hängt direkt am Netz? Es ist tatsächlich noch so, ich beantworte den zweiten Teil mal zuerst, EEG-Umlage muss trotzdem bezahlt werden, auch wenn eine Nulleinspeisung gemacht wird. Das lässt sich nicht umgehen. Und es müssen auch entsprechende, für den Stromverbrauch entsprechende Steuern entrichtet werden. Es ist ja ein Gewerbe. Ich betreibe die Anlage ja als Gewerbe. Und wenn ich ein Gewerbe betreibe, dann muss ich für den Eigenverbraucher entsprechende Steuern bezahlen. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Aber das lässt sich alles gut finanziell darstellen, weil ich die Anlage ja letztendlich auch abschreibe. Und die EEG-Umlage? Ja, das ist für mich ein Kostenfaktor. Ja, aber es wird ja nichts eingespeist. Das spielt keine Rolle. Aber es wird Eigenverbrauch. Die EEG-Umlage ist ja für den Eigenverbrauch vorgesehen. Und Eigenverbrauch ist ja bei einer Nulleinspeisung maximiert. Da muss ich drauf bezahlen. Da komme ich nicht drum rum. Das ist ja echt blöd. Ja, und da muss ich immer aufpassen, wie ich die Anlage jetzt mache. Wenn ich als Betreiber der Anlage, also in dem Gebäude, wo dieser Herr Rudat letztendlich lebt, und er ist auch gleichzeitig Betreiber und lebt dort, dann brauchen wir nur 40 Prozent EEG-Umlage bezahlen, was hier der Fall ist. Wenn ich Stromverkauf an Dritte mache, das heißt, der Betreiber der Anlage ist ein Dritter, wie das in Mehrparteienhäusern der Fall ist, dann muss ich 100 Prozent EEG-Umlage bezahlen. Ist das auch bei einer kompletten Inselanlage so? Selbst wenn ich nicht am Netz bin und ich verbrauche meine Eigenenergie? Wenn ich nicht mehr am Netz bin, heißt das ganz klar, dass der Hausanschluss entfernt wurde, physikalisch entfernt. Dann ist das nicht mehr der Fall. Aber über Inseln, das ist das Problem, haben wir auch schon drüber gesprochen, sehr, sehr schwer zu realisieren. Für die nächste Frage von haudegen49 bin ich besonders dankbar. Denn, meine Damen und Herren, Holger Laudelei wird viel zu wenig kritisiert. Ihm fliegen die Herzen zu, er wird bejubelt, er wird beklatscht. Und es wird auch einfach mal Zeit, dass Laudelei von hinten eins draufkriegt. Haudegen49 legt Holger Laudelei mit folgender Aussage übers Knie. Sicherlich sensationell, aber bei der momentanen PV-Leistung von maximal 25 Watt pro Quadratmeter, Klammern tagelang bedeckter Himmel, bekommt der Gerkenhof weder seine Speicher gefüllt, noch wird er sich autark von der momentanen Leistung ohne Zugkauf von Strom über die Runden helfen können. Solche Videos werden immer nur bei strahlendem Sonnenschein gemacht, aber niemals bei bedecktem Himmel oder bei einer Witterung, wie wir sie seit mehr als einer Woche haben. Und deshalb sage ich als PV-Anlagenbesitzer, ebenfalls mit Bestrebungen nach Autarkie, alles nur Augenwischerei. Die Windkraftanlage könnte den Bedarf decken, aber auch da habert es mit der erforderlichen Windgeschwindigkeit von mindestens 12 Metern pro Sekunde momentan. Mehr als 5,6 Sekunden hatten wir die ganze Woche nicht. Also der Zuschauer hat grundsätzlich erstmal recht. Es ist eigentlich schwierig, durch die Winterlücke zu kommen, beziehungsweise bei diffusem Licht. Deswegen werden die Anlagen ja überdimensioniert. Auf dem Gerkenhof sind 180 kW Photovoltaikleistung und mittlerweile 30 kW Windkraftleistung installiert. Und wir schaffen es im Moment locker über neun Monate mit dieser Anordnung der Technik komplett autark zu sein. Die drei Monate, wo Dezember, Januar, Februar, Teil der Tränen schaffen wir wirklich nicht. Da müsste halt ein Blockheizkraftwerk ran, um den Rest auch noch abzudecken. Aber wir schaffen mit der Lösung, das wusste der Zuschauer nicht, weil wir das noch nicht genannt haben und sie noch nicht gedreht haben am Gärtenhof. Die Erweiterung haben sie ja noch nicht gedreht mit dem Windrad. Und das ist richtig, aber das Windrad, was wir dort installiert haben, fängt ab 6 Meter pro Sekunde an zu laufen. Also wir haben schon eine Chance, sehr, sehr viel abzudecken. Aber der Trick liegt in der Überdimensionierung. Das machen die meisten Leute leider nicht. Ja, wenn Sie unsere Filme sehen, muss ich dazu sagen, wir drehen ganzjährig. Wir machen auch Winterfilme, wir machen Frühjahrfilme. Also wir senden das zu dem Zeitpunkt, wo wir es auch drehen. Müssen wir auch, weil wir gar nicht den Vorlauf haben. Das wäre schön, wenn wir so viel gedreht hätten, dass wir nur Sonnenschein zeigen können. Also wir sind da jetzt nicht, sagen wir mal manipulativ, dass wir nur das dann da irgendwie zeigen. Wir haben das da ausgestrahlt, wie wir sozusagen gedreht haben. Weiter, und das ist eine sehr interessante Frage, die musste kommen. Die kommt von Tech Sanento. Und in welcher Höhe war Investition und Abschreibung geplant? Meine Überschlagsrechnung nach etwa 800.000 Euro Investition bei zehn Jahren Abschreibung. 800.000 hat er überschlagen? Ja, ist nicht ganz richtig. Also mit allem, wir mussten ja teilweise ein Netz ersetzen. Das hat technische Gründe durch den Netzbetreiber gehabt. Wir haben etwa ein Invest gehabt von 450.000 bis 480.000 Euro netto. Oh, ich meine 450.000 bis? 480.000. Okay. So, da kam jetzt natürlich die Nachrüstung der Windkraftanlage zu. Mit Fundament hat die Windkraftanlage nochmal 150.000 Euro gekostet. Dann sind wir jetzt so rund, roundabout sind wir da so bei 650.000. Und wir haben jetzt nochmal den Speicher nachgerüstet. Da haben wir nochmal 60.000 Euro nachgerüstet. Also sind wir jetzt ungefähr bei jetzt im Moment bei 700.000. Die Installation, die der Fragesteller kennt, die hat nur 450.000 bis 480.000 Euro gekostet. Und es wird auf zehn Jahre abgeschrieben. Dann gibt es eine Fachfrage. Sven S. sagt, sag ich doch, Insellösung und dann wären Hybrid-Wechselrichter noch sinnvoller, da man den ganzen Anmeldekram nicht mehr hat. Ja, aber das ist keine Insellösung. Das ist eine netzparallele Insel. Wer eine echte Insellösung will, hat er recht. Da nimmt man natürlich selbstverständlich Hybrid-Wechselrichter. Nur ist eine echte Insel nur machbar mit Notstromaggregaten. Ich muss durch die Winterlücke kommen. Ich komme mit den klassischen Erzeugern, die volatil sind wie Wind und Photovoltaik, einfach nicht durch den Winter. Das ist nicht zu machen. So, und jetzt gibt es natürlich gleich die, die Know-how haben wollen. Achtung, Know-how-Klau, Herr Laudelei. Stefan W. fragt, wie sieht eine Nulleinspeisung bei einem Zweifamilienhaus mit 5000 Kilowattstunden verbraucht? Zurzeit noch ohne E-Auto und einer Dachfläche für rund 32 Module aus mit einem Autarkiegrad von 90 Prozent oder mehr. Know-how-Klau ist falsch gesagt. Da ist jemand auf den Geschmack gekommen, würde ich mal sagen. Das ist ganz einfach. Mit den jetzigen Modulen, die wir verbauen, sind das eine 10,8 kW-Anlage. Passt auch gut zu den 5000 Kilowattstunden. Wir machen das eigentlich immer so. Das, was wir an Verbrauch haben, wird verdoppelt. Und das wird dann die Photovoltaikanlage, wenn sie denn draufpasst. Und wenn der Kunde dann oder der Fragesteller Nulleinspeisung machen will, dann wird das E3-DC-Gerät auf Nulleinspeisung gestellt. Und der Energieversorger wird bei der Anmeldung darüber unterrichtet, dass hier Nulleinspeisung stattfindet und dass auf jegliche Einspeisevergütung verzichtet wird. Das muss der Kunde unterschreiben. Und dann war es das. Aber das macht ja beim Zweifamilienhaus gar keinen Sinn. Er hat ja einen Netzanschluss, der wird stark genug sein. Wir haben diese Kunden, die es trotzdem machen. Die wollen einfach diesen bürokratischen Irrsinn nicht. Die holen sich die Mehrwertsteuer nicht zurück. Die wollen auch nicht abschreiben. Das wollen die alles gar nicht. Es gibt Leute, die wollen das so haben. Das haben wir schon ein paar Mal gebaut. Und deswegen kann ich das auch verstehen, die Frage. Wie gesagt, Anlage 10,8 kW. Von der Speicherung würden wir hier auf 18 kWh Speicherung gehen, weil es ein Zwei-Parteien-Haus ist und würden dann auf Nulleinspeisung stellen. Ist das wirklich so, dass man eine Anlage so baut, Nulleinspeisung, dass der bürokratische Kram entfällt? Sonst muss man ja auch sagen, wir machen das nicht. Naja, die Anmeldung muss ja durch den Netzinstallateur trotzdem passieren, der eine Netzzulassung hat. Aber danach findet eben der bürokratische Irrsinn nicht mehr statt. Ich habe selbst gerade auch eine Nulleinspeisung nachgerüstet. Die kennen Sie, die Halle, die Rohwedder Straße 8, wo wir das YouTube-Studio drin haben, wo wir auch schon gedreht haben. Dort ist jetzt eine Anlage mit Nulleinspeisung. Das ist nur eine stinknormale Anmeldung beim Energieversorgen. Und danach ist das erledigt. Beim Marktstammdatenregister tragen Sie die Anlage noch ein. Aber Sie haben ja dann kein Problem mit den Abrechnungen und so weiter. Sie haben ja nur noch nichts mehr. Gar nichts mehr. Das ist schon richtig gut. Jetzt kommt eine Frage von Herrn August Garry oder Gary. Die können Sie nicht beantworten. Wo holen Sie die Dinge eigentlich her? Ich kenne doch fast alle Videos. Ich müsste die Fragen doch auch gelesen haben. Also, die Frage kann der gute alte Schlaubeer Laudelei nicht beantworten. August Garry oder Gary schreibt, würde ich auch gerne so machen. Leider bekomme ich trotz mehrfacher Anfrage kein Angebot. Scheinbar haben die Leute viel zu tun. Es ist tatsächlich so, dass wir bis zu 200 Anfragen am Tag haben. Das ist unfassbar. Wir haben das jetzt eingedämmt. Das ging gar nicht mehr anders, weil meine Sekretärin gesagt hat, wenn das so weitergeht, dann gehe ich bei Lidl an die Kasse. Das ist einfacher dort und nicht so stressig. Wir nehmen jetzt für Beratung halt Geld und die Leute werden nach Eingang der Anfragen jetzt terminlich festgelegt. Wir machen immer montags und donnerstags Beratungsgespräche und dann kommen die Leute und müssen für die Beratung auch bezahlen und kriegen diese Beratung angerechnet. Und da ist er wahrscheinlich durchgerutscht, vermute ich mal. Ja, das meint er gar nicht mit der Flaudelei Betriebstechnik, das meint er generell. Das kann ich mir vorstellen. Die Leute haben viel zu tun. Und wenn es Lösungen sind, die nicht so ganz von der Stange sind, dann kümmert sich sowieso keiner darum, weil die normalen Installateure haben keine Lust dazu. Die wollen nur Lösungen von der Stange. Ja, genau. Da müssen wir mal ganz ehrlich sein, zu sagen, das Angebot, das Dienstleistungsangebot, Nulleinspeisung, das gibt es ja im Prinzip gar nicht. Das ist aber ja nicht schwer. Es geht technisch, aber eigentlich, das können Sie bei Haberscheid vielleicht noch kaufen. Haberscheid kann es auch, ja. Der kann das auch, dann kann es noch Peter Burkhardt. Ja, der kann es auch. Dann fällt mir schon nicht mehr so viel ein. Dann wird es halt schwierig, obwohl das gar nicht so schwer ist. E3DC bietet es ja grundsätzlich von seinem modularen Aufbau, dass das Gerät eben so eingestellt werden kann. Grundsätzlich kann jeder Anbieter Nulleinspeisung machen, nur ist es bei einigen Heben ein bisschen aufwendiger. So, Hans-Peter Steinert spricht einen Punkt an, den muss ich kurz erläutern. Im Gerkenhof Nulleinspeisung heißt, die Module können ja nicht rauspfeffern bis zum geht nicht mehr, sondern sie müssen runterreguliert werden, wenn der Speicher voll ist. Und dazu schreibt Hans-Peter Steinert, schade ist, dass wenn ich das richtig verstanden habe, die Hälfte der Module ungenutzt auf dem Dach liegen und auf zukünftige Verwendung warten. Bei der eingesetzten modernen Steuerungstechnik sollte es doch möglich sein, diese in den sonnenschwachen Zeit mit einzubinden und so den Autarkiegrad weiter zu steigern. Wo liegen die Probleme? Ginge das nicht notfalls sogar manuell? Von meinen Wechselrichtern kenne ich es so, dass diese im Inselbetrieb bei Leistungsüberschuss über die Frequenzregelung runterregeln, sodass ich bei meiner Anlage beim Aufschalten aller Module im Prinzip keine Probleme sehen würde. Vielleicht ist da etwas falsch verstanden worden. Grundsätzlich nutzen wir das gesamte Modulfeld permanent, auch bei Diffuslichtbildung. Es wird immer das benutzt, was letztendlich gebraucht wird. Und die Runterregelung passiert ja, indem der MPP-Regler, jetzt kommt was Technisches, Herr Fahensky, der MPP-Regler verschoben wird, sodass wir die Anlage künstlich weniger Leistung erzeugen lassen. Und deswegen benutzen wir trotzdem aber alle Module. Die Anlage passt sich automatisch immer den Verhältnissen an, die wir gerade brauchen. Und da der Gerkenhof noch nicht alles elektrifiziert hat an Fahrzeugen, haben wir im Moment natürlich sehr viel Leistung, die weggeregelt wird. Leider. Das ist richtig. Aber das ändern wir ja Stück für Stück, weil immer mehr Fahrzeuge jetzt elektrisch werden. Das ist ja schön, dass Sie eine technische Information extra bei mir ankündigen, damit sich mein Gehirn darauf einstellen kann. Ja, ich kenne Sie doch. Jetzt kommt mal was Ernsthaftes. Bitte Achtung, besondere Aufmerksamkeit. Fassen wir das Thema nochmal zusammen. Das Modell Gerkenhof, der Null-Einspeisung, kommt für zwei Sachen in Frage. Das eine ist, so wie in diesem Fall, das Netz ist nicht in der Lage, derartig hohe Kapazitäten aufzunehmen. Genau, das ist ganz wichtig. Das muss man erkennen. Wenn der Hausanschluss es nicht hergibt und wir einen Travo zusätzlich installieren müssen, der viel zu teuer ist, dann macht man eine Null-Einspeisung, weil dann will man gar nicht einspeisen. Dann lohnt sich die Einspeisung ja nicht, weil der Travo ja ungleich teurer wäre. Das ist die eine Lösung, ja. Und das Zweite ist, ich habe keine Lust auf den bürokratischen Hinkag. Ich bleibe am Netz, ich kann mir ein bisschen Strom beziehen, so wie früher, kriege ich eine ganz einfache Stromrechnung und der Rest interessiert mich überhaupt nicht mehr. Genau, das ist die Lösung zwei und die wird noch erweitert, die Lösung zwei, durch die ganzen Leute, die wir jetzt mittlerweile haben, die sich ein Minimpaar-Module von uns kaufen, das alles selber installieren. Wir nur hinfahren und einschalten und unseren Code eingeben, damit die Anlage läuft und die melden gar nicht mehr an. Weil die sagen sich, warum soll ich etwas anmelden, was im Netz gar nicht mehr ankommt? Oder wir benutzen Balkonkraftwerke mit Quadroporte zusammen, wird alles nicht mehr angemeldet. Und das ist natürlich nicht im Sinne der Energieversorger und der Netzbetreiber. Die wollen natürlich über alles Bescheid wissen. Aber ich kann das nicht verstehen. Es darf in Zukunft nicht mehr großartiger bürokratischer Aufwand werden, wenn wir die Energiewende schaffen wollen. Wenn einer sagen will, ich will Nulleinspeisung machen, das ist so, als wenn Sie sich eine neue Waschmaschine kaufen. Dann kaufen Sie die und informieren Ihren Energieversorger ja auch nicht, dass Sie eine neue Waschmaschine haben. Und genau so ist Nulleinspeisung. Sie taucht am Netz einfach nicht auf. Warum muss ich da auch noch so ein Anmeldeprozedere starten? Affig sowas. Das mit der Waschmaschine, haben Sie gesagt, damit ich es verstehe. Ja, natürlich. Und ein anderes Gerät. Ich versuche das für mich ein bisschen runterzubrechen. Er hätte auch Flex sagen können, aber das Wort Flex könnten Sie sagen. Was ist das? Sehen Sie? Ein Flex-Tarif? Flex, kennen Sie doch so eine Maschine, mit der man große Löcher rein... Bohrmaschine? Nein, auch keine Bohrmaschine. Flex ist wie eine Schleifmaschine. Schon mal eine Schleifmaschine gesehen. Die gibt es auch in die andere Richtung, die kann man auch andersrum halten. Da können Sie Metall mitschneiden mit einer Flex. Okay, machen Sie das? Ich? Zeigen Sie mal die Finger, sind hier noch alle dran? Ja. Hat er nicht. Okay, alles klar. Also, soweit zur Nulleinspeisung. Und jetzt kommen wir zu den autarken Quartieren. Auch hier eine kurze Zusammenfassung. Schwieriger geht es nicht. Ein denkmalgeschütztes Haus aus dem 19. Jahrhundert. Eigenenergieversorgung, Autarkie, ohne das denkmalgeschützte Gebäude anzufassen. Diese schwierige Aufgabe sollte mit E3DC-Technik und Know-how gelöst werden, sagte sich Dr. Hans-Christian Lohmeier. Und es ging darum, hier im Altstadtbereich von Soltau zu überlegen, wie bekommen wir ein Haus von 1962, ein Haus von 1896 und im hinteren Bereich ist noch ein KfW 40 Plus Haus. Wie können wir das energetisch so zusammenschalten, dass besonders die alten Häuser, die einen sehr großen Energieverbrauch haben, davon profitieren und insgesamt natürlich das ganze Quartier davon profitiert. Die alten Gebäude sollten dabei nicht angefasst werden und dennoch mit auf dem Gelände selber produzierter Energie versorgt werden. Holger Laudelei hat erstens sämtliche Regulatorien im Messkonzept gelöst, indem er Herrn Dr. Lohmeier zum Eigenenergieversorger gemacht hat, durch Zusammenlegung von Netzanschlüssen, durch ein Nahwärmekonzept, durch eine parallele Eigenenergieversorgung im Winter, durch Gasverstromung, durch eine große PV-Anlage mit Speicher, in dem die Energie sommer- wie wintertags stromautark in die Gebäude fließt, sodass das Netz komplett von Leistung und Energie befreit ist. Hier in Soltau sorgt inzwischen die modular aufgebaute Quadroporte-Serie von E3DC für die gewünschte Autarkie. Ja, die Modularität ist eine Stärke, aber die Stärke liegt im Softwarekonzept, nicht unbedingt in der Leistung des Speichers. Hier ist es als reiner Energiespeicher aufgebaut und Laudelei hat hier ganz klar die Softwarestärken der E3DC verwendet. Das heißt, flexible Leistungsmessung, flexibles Messkonzept und hybride Speicherung kombiniert mit intelligentem solaren Laden. Das heißt, hier spielt nicht das Speichersystem die Hauptrolle, sondern das Energiemanagement. Ja, das Problem war hier, dass wir gleich mehrere Probleme erschlagen müssen. A, die hohen Energieverbräuche. Wir haben ein sehr, sehr altes, gedenkmalgeschütztes Gebäude. Wir haben ein altes Einfamilienhaus und wir haben einen Neubau dahinter. Und wir haben hier mit Verbräuchen etwa um die 40.000 bis 45.000 Kilowattstunden Strom zu kämpfen. Und im Wärmebereich sind wir hier zwischen 60.000 bis 70.000 Kilowattstunden Wärme. Das ist nicht ohne. Und wir haben das Problem gehabt, dass die Gebäude sich auf verschiedenen Flurstücken befinden. Das heißt, um eine zentrale Versorgung der Gebäude zu gewährleisten, war es wichtig, die Grundstücke flurstückmäßig zu verschmelzen. Das war das erste Problem, was gelöst werden müsste. Und dem Energieversorger klar machen, dass wir jetzt nur mit einer einzigen Einspeisung arbeiten werden. Und das ist das neue Carport, was entstanden ist. Da ist auch der zentrale Technikraum drin. Und von da aus wird die gesamte Nahwärmeversorgung gemacht für die Gebäude. Am zentralen Carport befindet sich auch die Ladestation für die Elektromobilität. Ein wichtiger Bestandteil des Autarkie-Konzepts. Denn der Tesla wird so für unter 2 Euro Strom pro 100 Kilometer bewegt. In Soltau befindet sich das Disneyland der Energiewende. Hier befindet sich alles, was es braucht, um alle Gebäude auf dem Gelände mit Komfortstrom, Wärme und Energie für die Elektromobilität zu versorgen. Sauber, übersichtlich, bewährte Technik, made in Germany. Wir brauchen eine Lösung, die netzrechtlich keine Erzeugung enthält. Es wird hier mit zwei Energiearten in einer hohen Leistungsklasse gearbeitet, mit BAKW und PV. Wir liegen hier weit über 30 kW Erzeugungsleistung und auch über allen Eigenverbrauchsgrenzen. Das heißt, Quattroporte ist hier ein modulares Speichersystem, beliebig erweiterbar. Aber das Wesentliche ist, im Quattroporte kommt ein geniales Energiemanagement zum Tragen, was die Integration von Elektroautos, die Integration von zwei Energiearten und die komplette Leistungs- und Energiesteuerung für die gesamte Quartierslösung übernehmen kann und erweiterbar ist. Das heißt, der Dr. Lohmeier kann beliebig viele Wallboxen dazu bauen. Er kann sieben pro Steuerung, aber könnte auch 14 machen. Er kann Speicher erweitern, er kann weitere Erzeugungen zubauen und er kann alles digitalisiert ablesen, optimieren. Und damit ist es zukunftsfähig, sicher, sozial und frei. Was hier auf dem Rosenhof entstand, ist keine Speziallösung, sondern über viele Jahre entwickelte Technik, industrialisiert und in Serie gefertigt, nur für den individuellen Bedarf angepasst. Als Ingenieur hat Dr. Andreas Piebenbrink seine Vision der Eigenenergieversorgung umgesetzt. Er baut Geräte, die nicht nur Strom speichern, sondern auch die Produktion und den Verbrauch managen können. Dazu bietet E3DC als Systemhersteller Geräte der verschiedensten Leistungsklassen an. Erfolgreich. Made in Germany. Genau, wir haben seit gut zehn Jahren mit der Hilfe von E3DC haben wir entsprechende Speichersysteme zur Verfügung. Wir haben die Photovoltaik-Technologie seit fast 50 Jahren und wir haben Blockheizkraftwerke. Und wenn man das alles natürlich zu einer Lösung zusammenbringt, dann haben wir einen kompletten modularen Baukasten und können aus diesen Baukasten hinaus hochskalieren. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Das ist eine Quartierslösung, so kann man das nennen, ja. So was Herr Lohmeier auch mit der Grundstücksverschmelzung gemacht hat, das ist jetzt ein einziges Flurstück, damit rechtlich auch haltbar. Und das sind eigentlich Blaupausen für die Energiewende. So muss Energiewende in dezentraler oder Bürgerhand gemacht werden, ja. Das Projekt Autarkie ist hier gelungen. Ein zukunftsweisendes Konzept müssen wir nochmal ganz kurz erklären. Also Konstellation ist, alle Häuser, die da sind dran, Nahwärmenetz, Photovoltaik, Speicher, Blockheizkraftwerk und dann bin ich praktisch vom Netz weg, habe noch ein bisschen Erdgasbezug. Genau, das ist ein Konzept, was wir gut in kleineren Städten und auch in randnahen Stadtgebieten anwenden können. Eine Quartiersbildung, das macht Sinn, auch da in Nahwärme zu arbeiten, ja. So, und was ich an unseren Zuschauern liebe ist, die sind einfach praxisorientiert und die haben Lust, was zu machen. Andreas Reinhardt schreibt, super, habe gerade was in dieser Art vor und treffe nun auf solche super Umsetzung, schreibt er. Ich habe vor, auf meinem Grundstück ein Doppelhaus zu bauen und die Technik im alten Wohnhaus von 1987 zu installieren, die dann die Doppelhaushälften mitversorgen wird. Wenn es losgeht, werde ich wohl mal bei Herrn Laudelei durchklingeln. So, jetzt muss ich kurz was dazu sagen. Ich habe schon mehrfach erlebt, wenn Herr Laudelei rangeht und Kunden abfertigt. Und da kommt der Begriff Abfertigung her. Es kann sein, Laudelei ist am Telefon auch zu mir relativ unfreundlich. Lassen Sie sich nicht abschrecken. Die Frage, die dahinter steckt, ist, ist das wiederum etwas, solche Quartierslösung? Das ist ja trotzdem eine Spezialität oder ist es etwas, wo die Leute sagen können, wow, das mache ich auch und ich finde Installateure oder Sie, die das umsetzen. Oder sagen Sie, ein Doppelfamilienhaus ist mir zu pupelig und zu klein als Projekt. Nein, überhaupt nicht. Genau diese Geschichten haben wir ganz, ganz viele in der Anfrage. Und er macht es auch genau richtig. Ich kann Ihnen jetzt nur einen ganz wichtigen Tipp geben. Auf jeden Fall den Hausanschluss jetzt im Altbau belassen, keinen neuen Hausanschluss beantragen und die Doppelhaushälfte komplett vom alten Anschluss mitversorgen. Die neue, das ist ganz wichtig. Man kann eins machen noch, wenn es nicht reichen sollte, wenn noch Elektromobilität dazukommen sollte, weil sein altes Haus hat nur einen 30 kW-Anschluss. Da kann man mit dem Energieversorger reden, ob wir da auf 50 kW problemlos hinkommen. Mein Tipp aber, erst mit dem Energieversorger reden, kein Wort von erneuerbaren Energien sagen. Erst den Hausanschluss ertüchtigen und danach über erneuerbare Energien reden. Sonst kostet die Ertüchtigung des Hausanschlusses meistens sehr viel Geld. Gut, aber ist das etwas, wo man sagen kann, das kann man in der Breite wirklich so machen, zu sagen, komm, wir machen das zusammen, wir denken die Quartiere so. Das ist machbar. Und es können sich auch Leute, die Leute haben ja kaum Fantasie, so wie der Herr Lohmeier sich das ausgedacht hat. Man kauft einfach die Nachbarn auf, wenn sie älter geworden sind oder so weiter, macht eine Grundstücksverschmelzung und baut dann das Quartier. Weil ich kann nicht, wenn ich getrennte Flurstücke habe, darf ich keine grenzüberschreitenden Kabel ziehen. Das ist in Deutschland verboten. Hat auch einen technischen Hintergrund, aber da möchte ich Sie jetzt nicht mit langweilen. Mit technischen Hintergründen. Das war ja schon mit der Flex langweilen. Ja, 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 natürlich. Sie wussten das noch nicht mal, was eine Flex ist. Und das ist tatsächlich so, wenn ich also Grundstücksverschmelze... Das wissen Sie nicht, was Flix-Train ist. Kommst du aus der Medienbranche? Flix-Train ist ein Zug. Ach du Scheiße. Ja, von Flex reden und von Flix-Train kann man machen. Flix-Bus auch nicht. Ich habe nie gehört. Mein YouTube-Kumpel Dennis will mich immer in eine Zugfahrt verwickeln. Ich soll mit ihm Zug fahren. Ich sollte schon nach Berlin zu Ihnen kommen und dann wollen wir mit Zug fahren. Das werden Sie nie erleben, dass ich in Zug fahren kann. Ja, ja, aber wenn man sich beschwert, dass Moderatoren von Flex nichts wissen, braucht man sich nicht zu beschweren, wenn man von Flix nichts weiß. Jetzt bringen Sie die Sachen nicht durcheinander. Okay. So, also es ist tatsächlich so, dass solche Quartiere sich bilden müssten. Und dann kann man solche Quartiere entsprechend auch zusammenfassen, wenn man die Flurstücke verschmolzen hat, dann kann ich das alles machen. Und das ist unglaublich effizient und energiesparend. Vor allen Dingen spart es CO2 ein. So, Progress spricht jetzt ein Thema an. Da müssen Sie gleich wirklich eine ehrliche Antwort zu geben. Ich antworte die ganze Zeit ehrlich. Progress schreibt, für diese Lösung, wie sie hier vorgestellt wurde, dürfte manche Uni von Neid erblassen. Und damit spricht da ein Punkt an. Seien wir doch mal ehrlich. Ja, Sie sind die Pippi Langstrumpf der Energiewende. Und dieses Lied, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, so machen Sie das. Die Frage ist, ob Ihre Konzepte, was Sie sich da zusammenstricken, als Pippi Langstrumpf der Energiewende, ist das wirklich so übertragbar? Weil da gehört eine technische Dokumentation, Know-how, gerade dieses Thema technische Dokumentation, Nachvollziehbarkeit, Service und so weiter und so fort. Das kann etwas sein, was da alles nur im Kopf von Laudela existiert, aber in Wirklichkeit gar nicht so einfach übertragbar ist. Also sagen wir mal so, da ich schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich daran arbeite, Leute auszubilden, die gewerkeübergreifend denken können, ist das für uns überhaupt kein Problem, das alles so zu liefern. Das kriegt der Kunde auch. Der kriegt am Ende eine Mappe, das ist die gesamte Dokumentation. Aber ich erlebe leider bei meinen Handwerkskollegen immer, dass sie nicht gewerkeübergreifend denken wollen. Sie müssen ja heute bei den modernen Häusern und den modernen Konzepten, die heute entstehen, brauchen sie heute Handwerker, die gewerkeübergreifend denken können. Ja und die haben wir halt im Moment noch nicht. Und daran hapert das Ganze. Normalerweise müsste man diese Konzepte sehr, sehr einfach übertragen können, wenn man diese Handwerker hätte. Ja, das ist ja so eine politische Nullantwort. Ja, ja. Das ist so, liebe Wähler, geben Sie uns Ihr Vertrauen. Wie wollen Sie es denn sonst erklären? Es ist sehr komplex, so ein Quartier zu schaffen. Sie müssen sich mit mehreren Handwerkern einigen. Gerade wenn Neubau mit dabei ist, dann müssen Sie auch mit dem Bauunternehmer noch in Kontakt treten. Das ist für viele Leute und für viele Installateure einfach viel zu viel. Die Arbeit will sich keiner machen. Also das ist ein richtiger Punkt, da mache ich mir ehrlich persönlich Sorgen. Es kann ja mal sein, dass Sie tatsächlich zum Opfer der Kopfgeldjäger, der Netzbetreiber werden und das Laudelei irgendwo erwischt. Müsste man nicht eine Laudelei-Stiftung gründen, die das ganze Know-how dokumentiert und übertragbar macht? Naja, da sind wir ja bei. Zwar keine Stiftung, aber wir versuchen das ja an unsere Nachfolger zu übertragen, das Ganze. Wir haben ja unsere Installateure. Die Kunden, die uns kennen, werden das wissen. Bei uns her ist immer eine exzellente Baustellenstimmung. Und wir versuchen das an die jüngeren Leute Stück für Stück zu übertragen jetzt. Weil dieses Denken alleine, das ist schon schwierig. Ein normaler Elektriker kann nicht so denken. Ein Klempner kann nicht so denken. Wir sind glücklich, dass wir bei uns am Ort einen Klempner haben, der uns schon versteht. Und Elektriker sind sehr schwer zu verstehen. Das funktioniert aber mittlerweile. Aber bei uns ist es nur im Kleinen. Also es geht auf jeden Fall auch ohne mich weiter am Ende. Ja, nach fast neun Jahren, Holger-Laudelay-Erfahrung, weiß ich, dass das Denken nachzuvollziehen schwierig sein kann. Neun Jahre sind das schon. Hat Conny-Laudelay auch manchmal noch Schwierigkeiten. Also, nein, nein, Quatsch. Mr. Knatterton hat mehrere Fragen gestellt, aber ganz gute. Ich splitte das mal so ein bisschen auf. Ich fange mal an. Also Mr. Knatterton schreibt, ich habe ein paar Fragen. Mir kommt der Wärmeverbrauch sehr gering vor. Wenn ich das richtig verstanden habe, braucht die alte Villa, das Gebäude aus den 60ern und der Neubau 26.000 Kilowattstunden. Das finde ich sehr wenig. Wo hat er den Wärmeverbrauch denn her? Aus unseren... Also es liegt daran, dass der Wärmeverbrauch erstmal, hatten wir bei dem ersten Video, hatten wir den Wärmeverbrauch nur für ein halbes Jahr dargestellt. Weil die Anlage zu dem Zeitpunkt nur ein halbes Jahr, als er in Betrieb war. Und es hebt sich natürlich auf. Der moderne Neubau hat einen sensationell geringen Wärmeverbrauch. Da liegen wir ungefähr bei 30 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter. Und die alte Villa, diese alte Holzbau-Villa, die liegt auch gar nicht mal so schlecht. Die liegt bei 160 bis 180 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter. Und dann wiegt sich das halt alles auf. Und dieses Carport, was in der Mitte entstanden ist, wo die Hauptanlage drauf ist, wird teilweise gar nicht beheizt. Und so kommt halt der entsprechend geringe Wärmeverbrauch zustande. Das ist eben ein Mix aus verschiedenen Häusern. So, jetzt gibt es eine Frage, die kann ich nur vorlesen. Die kann ich aber noch nicht so nachvollziehen. Herr Laudler wird es mir gleich erklären. Ist das was Technisches? Ja, Mr. Katterton schreibt. Hören Sie auf, Herr Laudler, sonst fange ich wieder mit dem Flix-Train an. Also, die Symos sind ja sicher die String-Wechselrichter, sind in den Quadroporte-Speichern dann die Batterie-Wechselrichter enthalten. Ich habe jetzt schon einige Anlagen gesehen, wozu der E3DC-Lösung und noch andere teilweise sehr günstige China-Wechselrichter für einen String gekommen sind. Also, grundsätzlich muss man, wenn man die Anlage so aufbaut wie bei Lohmeier, sprich, wir haben AC-Speicherung. Das hat gewisse Bestimmungen durch die technischen Anschlussbestimmungen. Und auf der anderen Seite haben wir Wechselrichter, um die nötigen Leistungen zu erzeugen. Da hat er recht. Dann nehmen wir Symos von Fronius. Die haben mehrere Vorteile, lassen sich sehr, sehr gut installieren und sind sehr zuverlässig. Und natürlich muss ich, wenn ich eine AC-Speicherung habe, nochmal extra Batterie-Wechselrichter haben. Ich habe also bei der Lösung, die wir dort anwenden müssen, grundsätzlich zwei Wechselrichter-Typen. Einmal den Batterie-Wechselrichter und einmal den String-Wechselrichter auf dem Dach. Also für die Dach-Geschichte. So, und wie immer bei Ihren Projekten machen Sie den Leuten den Mund wässrig. Und die Leute entwickeln natürlich Fantasien. Ich finde, das spricht auch für unsere Zuschauer. Manfred Neulinger schreibt dazu. Hallo, sehr tolle Anlage, aber auch sicher nicht günstig. Kann ich gleich was zu sagen, Herr Neulinger? Bei Herrn Laudler gibt es keine günstigen Anlagen. Die 9% Netzstrom wären doch auch noch zu schaffen. Dann wäre die Anlage komplett autark. Ohne Netzanschluss sollte auch das Problem mit dem Netzbetreiber und der Zusammenlegung von Grundstücken erledigt sein. Sie haben ja noch 25% Stromüberschuss, der wohl ins Netz eingespeist wird. Diese 25% noch speichern und die Autarkie wäre perfekt. Er hat noch eine zweite Frage, aber geht das nicht. Das ist ja, was er beschreibt, ist ja eine Insel. Eine echte Insel. Und echte Inseln haben das Problem, ich habe es Ihnen schon mal gesagt, oder ich kann es auch dem Fragesteller sagen. Wir haben das Problem, wenn wir eine echte Insel haben, wir brauchen dann Notstromaggregat. Also Notstrom mit einem Blockheizkraftwerk ist das nicht mehr getan, weil das ist viel zu langsam dafür. Und wir haben keine Kurzschlussfestigkeit der Haussicherungen, weil das Netz stellt die Kurzschlussfestigkeit zur Verfügung. Und das haben wir in einer Insel alles nicht. Und das ist das große Problem, warum man keine Inseln baut. Zumindest nicht in so einem industriellen Land wie unseres mit einem sehr, sehr guten Netz. Weiter, Manfred Neulinger. Wie rechnen Sie den Mieterstrom ab? Es sind doch mehrere Parteien in den Häusern, die eine ordentliche Abrechnung haben wollen. Endet die Macht des Netzbetreibers nach den Hauptanschlusskasten? Haben Sie geeichte Mieterzähler verbaut? Also es sind geeichte Mieterzähler verbaut. Da hat aber der Netzbetreiber nichts mehr zu tun, weil hinter den abrechnungsrelevanten Zählern kommen erst die Zähler der Mieter. Alles was abrechnungsrelevant ist, ist der Zweirichtungszähler gegenüber dem Netzbetreiber, also für Bezug und Lieferung, plus Erzeugerzähler BRKW, Erzeugerzähler Photovoltaikanlage. Das ist abrechnungsrelevant. Und danach macht der Betreiber der Anlage als sogenannter Energieversorger selber weiter und rechnet über geeichte Zähler entsprechend mit den Mietern ab. Der einzige Nachteil ist, diese Mieter können nie mehr wechseln. Die können also nicht zu einem anderen Energieanbieter gehen. Das müssen sie auch im Mietvertrag unterschreiben. Was eigentlich rechtlich nicht wirklich konform ist. Das ist nicht rechtlich konform, ja, das gebe ich zu. Aber ich sage mir, der Betreiber der Anlage kann immer günstiger sein als der günstigste Strompreis im Netz. Warum sollte er da wechseln? Tun die meisten auch nicht. Also wir haben erst einen Fall mal gehabt, wo wir Probleme hatten. Da waren sie mit dabei an dem Tag. Sie können sich erinnern. Ludwig Sfelde. Es sind auch viele böse Kommentare gekommen. Das wäre Nötigung gewesen und so weiter. Da haben wir einfach von dem einen, der sich da geweigert hat, den Zähler einfach ausgebaut. Und der hatte keinen Strom mehr. Ja, um in der Abteilung investigative Fragen weiterzumachen. Weil Sie haben ja gesehen, als ich sagte, nicht rechtskonform, habe ich Laudelei eiskalt erwischt. Das ist mir schon mehrfach nicht nur bei Ihren Projekten aufgefallen, auch woanders. Wir zeigen Anlagen, wo es tatsächlich solche Lösungen gibt. Und das wird dann immer als Mieterstrom bezeichnet. Das ist aber in Wirklichkeit gar kein Mieterstrom. Nein, das ist absolut richtig. Weil wenn Sie echt Mieterstrom machen würden, der sehr, sehr kompliziert ist, dann würden Sie ja auch noch den sogenannten Mieterzuschuss bekommen. Mieterstromzuschuss. Das sind nochmal 3,57 Cent sowas. Nur dazu müssten Sie die Anlage bilanziell aufbauen. Also ganz anders aufbauen. Und dann ist keine echte physikalische Autarkie möglich. Dann ist nur eine bilanzielle Autarkie möglich. Und die lehne ich absolut ab. Bilanzielle Autarkie will ich nicht. Ich will physikalische Autarkie. Also wirklich vor Ort erzeugt, vor Ort verbraucht. Diese Modelle, habe ich gerade gesagt, gibt es öfters. Es sind keine echten Mieterstrom-Modelle. Aber meiner Meinung nach ist es ja so, dass in diesen Mieterstrom-Modellen, die es gesetzlich gibt, das, was wir vorhin gerade besprochen haben, diesem Wechselmöglichkeit enthalten ist und so weiter. Das heißt, die Mieterstrom-Modelle, ich beschreibe das mal so ganz laienhaft, ist im Grunde genommen, man setzt einen Zähler für jeden Mieter. Und der Vermieter rechnet dann den Mieter sozusagen ab. Und das hat ja eigentlich an sich erstmal gar keine rechtliche Grundlage. Das ist nicht das Mieterstrom-Gesetz. Das setzt eigentlich voraus, dass man sich informell sozusagen darauf einigt, dem Vermieter zu glauben, dass das stimmt oder dass der Zähler irgendwie richtig funktioniert. Diese Modelle sind eigentlich informelle. Modelle. Genau. Aber wir geben dem Mieter ja die Möglichkeit, da wir ja Zähler von Discovery verwenden, also einen getrennten Messstellenbetreiber, externer Messstellenbetreiber. Der Messstellenbetreiber ist nicht der Netzbetreiber. Und der kann sich auf die Zähler einloggen und kann seinen eigenen Energieverbrauch ständig mit Trecken, wenn er da Bock drauf hat. Also wenn jetzt ein böser Mieter kommt, könnte der sagen, passen Sie auf, das ist gar nicht rechtlich konform hier, sondern so eine Lösung dürfen Sie gar nicht wählen für die Häuser. Genau. Haben wir ja schon gehabt. Änderungskönig. Wird aber in Deutschland weit gemacht. Ja, wird gemacht und ist auch im Moment die einzige Lösung, weil unsere Gesetze so blöd gestrickt sind. Und wenn einer nicht zufrieden ist, bekommt er eine Änderungskündigung. Das ist ja beim Hennehaus passiert, haben Sie ja vielleicht, haben Sie ja auch gedreht. Da ist es ja einmal passiert. Und er hat eine Änderungskündigung gekriegt und entweder wollte das und wollte nicht das, halt ausgezogen. So, fertig. Es kann ja nicht sein, dass bei Mehrparteienhäusern, dass Einzelne ganze Projekte zum Stillstand bringen, die für viele gut sind. Das ist immer meine persönliche Meinung. Wir tun ja nichts Böses. Das macht Frau Merkel seit 2005 als Einzelne gute Projekte zu verhindern. Das ist politische Realität in Deutschland. Noch eine Frage von Ignaz Melner, die finde ich ganz gut. Da geht es um das Blockheizkraftwerk. Wir beloben ja die Energiewende. Wir sagen, ja ist toll, wir machen das selber und da sind wir netzunabhängig. Wir bleiben aber mit dem Gasanschluss, bleiben wir trotzdem am Netz. Das ist ein anderes Netz. Und da schreibt er mit dem Bezug von Biogas für das BHKW, könnte der BHKW-Strom und dessen Abwärme CO2 frei und zusätzliche 20,3 CO2 oder gesamt 78,2 Prozent CO2 vermieden werden. Hat er toll gerechnet, hat eine super Frage gestellt, ganz ausführlich. Vielen Dank nochmal dafür. Aber es ist ja glaube ich nicht so, dass Sie einfach Biogas kaufen können, oder? Nein, es wird ja nicht überall angeboten. Das ist das Problem. Viele Zuschauer wissen, dass ich auch Erdgasautos fahre. Und ich habe jetzt endlich eine Erdgas-Tankstelle gefunden, da muss ich sogar ein bisschen für fahren, die mir Biogas anbietet für mein Erdgasauto. Und auch genau da haben wir auch das Problem bei dem Projekt, dass wir Biogas einfach an der Stelle nicht zur Verfügung haben. Die Leute wollen dann aber auch, wenn wir es zur Verfügung haben, wir haben auch Projekte mit Blockheizkraftwerken, wo Biogas zur Verfügung steht. Und dann wird auch Biogas eingekauft. Es muss nur zur Verfügung stehen. Da fällt mir, jetzt wollte ich mal ganz privat fragen an der ganzen Stelle, Biogas. Mein letztes Auto, was ich hatte, 2000. Sie hatten mal ein Auto? Ich habe Sie nie Autofahren sehen. Nein. Können Sie an die Autos fahren? Ja. Ich bin einmal Auto gefahren, war Lisa dabei, die fand das ganz, ganz toll. Das war, dass die Fahrt mit dem ersten Elektroauto... Nee, da ist Lisa gefahren. Ja, aber das war doch eine Katastrophe. Können Sie sich erinnern? Das war furchtbar. Ja, genau. Muss ich noch kurz erzählen. Wir hatten ein Carsharing genommen. Lisa Carsharing Elektroautos und Elektrosmart hing da an dieser Ladesäule dran. So, und Lisa stieg ein und sagte, du, machst du mal das Kabel ab? Wir wollen los. Also ich Kabel abgemacht, wir losgefahren. So, auf der Strecke mussten wir irgendwann laden. So, und dann sagte Lisa, ja, machst du mal das Kabel ran? Ich sage, welches Kabel? Sag ich, wieso? Das habe ich ja abgemacht. Ja, ich meine, das war wirklich, das war ja für mich logisch. An der Ladestation hing das Kabel zum Auto. Ich habe das abgemacht und habe dann das Kabel um die Ladestation gewickelt. Das ist ja ein plausibler Fehler. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war Elektromobilität noch nicht einfach und für solche Antitechniker wie Sie unglaublich schwer zu verstehen. Ja, wir haben uns dann ein zweites Carsharing-Auto angemietet, haben das Kabel rausgenommen, haben den sozusagen so ein bisschen geladen. Aber ein Gedanke, weil wir über Erdgas gesprochen haben. Das letzte Auto war ein Erdgas-Auto und das Erdgas-Auto kann man tanken. Ja, klar. Und dann denke ich mir, dieses Erdgas wird ja auch, das kommt ja nicht durch Leitung zu den Tankstellen, sondern es wird praktisch dahin gefahren. Und die ganze Zeit bei der Elektromobilität, über die wir reden, denke ich darüber nach und sage, naja, warum machen wir das nicht mit Biogas- und Erdgas-Autos? Da brauche ich keine Batterie, die Wagen sind handelsüblich. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich vermisse auch, dass die Erdgas-Autos es nicht geschafft haben, weil Erdgas-Auto ist unfassbar sparsam. Also meine Opel-Kombos, die ich schon seit ewigen Zeiten fahre, brauchen vier Kilogramm auf hundert Kilometer. Und da haben Sie recht. Es ist leider so, dass die Leute, das Tanken war ihnen zu lange und sie mussten die Tankstellen suchen. Also sie mussten quasi, wenn sie tanken wollen, zu einer Tankstelle explizit hinfahren. Oder, wie ich als Erdgas-Autofahrer immer gemacht habe, wenn ich vorbeikomme, tanke ich nach. Und das ist manchen Leuten zu viel gewesen. Ich fand das Netz ganz gut. Das war auch besser als das Ladenetz. Ja, das auf jeden Fall. Es geht doch schneller. Ja, weil es zuverlässiger war. Ja, ich habe es nicht verstanden, weil letztendlich gibt es sehr, sehr gute Erdgas-Autos, die auch sehr lange halten. Erdgas-Auto hält länger als ein normaler Verbrenner. Liegt daran, weil Erdgas im Brennraum eben rückstandsfrei verbrennt. Da, wo der Motor sitzt und die Kolben sich nicht befindet. Und ich kann es auch nicht verstehen. Mich ärgert es auch ganz, ganz gewaltig. Auch bei uns jetzt, die letzte Erdgas-Tankstelle bei uns am Ort hat zugemacht jetzt. Ich muss jetzt noch weiter fahren, um Erdgas zu tanken. Und das ärgert mich. Also da bin ich auch bei Ihnen. Ich hätte es mir gewünscht, dass es eine Koexistenz zwischen Elektrofahrzeugen und Erdgasfahrzeugen gibt. Aber das hätten wir auch mit Biogas ganz einfach ändern können. Ja, natürlich. Hätten da Biogas reinfüllen können. Und da hätten wir große Batterieentwicklung Autos gar nicht gebraucht und das wäre eine ideale Ergänzung. Das wäre super gewesen, zumal die ganzen Technologien ja schon bestanden haben für Erdgasfahrzeuge. Man muss ja einen speziellen Erdgas-Motor haben. Der Motor ist ein bisschen anders als ein normaler Verbrenner. Aber all das hat es leider so nicht gegeben. Ich höre mal als Gegenargument, naja, das ganze Biogas braucht ja was anderes. Das können wir nicht in die Tanks der Autos stecken. Naja, man hätte es nur in größerer Menge erzeugen müssen. Da kann man ja auch Kapazitäten aufbauen. Aber das hat es leider nicht gegeben. Und wie gesagt, Erdgasautos sind mit die saubersten Autos. So, den Vogel hat dann Laudle endgültig abgeschossen mit dem autarken Straßenzug. Haben wir auch in der letzten Sendung behandelt. Wir haben ja nicht so gelangweilt jetzt. Das kann man mit ein bisschen mehr Flair bringen. Gut, ich mache es nochmal. Noch ein super Projekt von Holger Laudle. Weil der autarke Straßenzug, kurz die zusammenfasst. Ja, geht doch. Ein ganzer Straßenzug wird autark. Angerichtet wurde das von der Firma Laudle Betriebstechnik. Wir haben hier drei Projekte an einer einzigen Straße. Eine einzige Familie hat es gemacht. Und wir haben diese drei Projekte an dieser Straße zu einer netzparallelen Insel umgebaut, die jetzt in Betrieb geht. Und damit haben wir es geschafft, dass diese Gebäude nie wieder Strom vom Energieversorger brauchen. Objekt 1, ein Bestandsbau. Objekt 2, ein Neubau. Objekt 3, ein Mehrfamilienhaus. Dieser ganze Straßenzug ist autark und auf Eigenenergieversorgung gegangen. Sven Krüger und Petra Hoffmann besitzen alle drei Gebäude und wollten es so. So, hier ist an PV-Anlage verbaut, auf dem Altbau der Familie Hoffmann-Krüger, eine Aleo-Anlage in Ost-West-Ausrichtung mit dem entsprechenden Montagesystem als Einlegesystem. Und der Vorteil ist, A, die Module werden in Deutschland gefertigt. Und wir haben den Vorteil, dass Module in Deutschland schon mit 50 Prozent erneuerbaren Energien gefertigt werden, weil so viel haben wir schon im Netz. Und die Anlage hat 14,4 kW, was für den Haushalt von diesem Gebäude völlig ausreichend ist, bei dem Verbrauch, der dahinter steht. Etwa 6.000 Kilowattstunden. Und da muss man schon eine 14,4er-Anlage nehmen. Also die Heizung musste erneuert werden hier in diesem Haus. Und daraufhin haben wir dann halt gesagt, na, jetzt können wir halt dann das gleich mit verbinden. Das wäre Familienhaus. Ein alter Plattenbau noch aus DDR-Zeiten. Eine Energieschleuder. Die Entscheidung, aktive Eigenenergieproduktion in das Gebäude zu bringen. Das ist eine Immobilie, die in dem jetzigen Zustand nicht mehr lange haltbar wäre. Und dort kann man nur energetisch hoch sanieren, um diese Immobilie noch werthaltig zu machen. Und werthaltig in der Zukunft auch zu lassen. Wenden wir uns dem Altbau zu. Damit fing alles für Familie Krüger-Hoffmann an. Dort machte man die Erfahrung, dass Eigenenergieproduktion funktioniert. Komfortstrom, Wärme, Mobilität. Alles wurde umgestellt. Hier in diesem Heizraum ist jetzt ein völlig neues technisches Konzept umgesetzt worden. Die alte, völlig ineffiziente Heizung ist komplett entsorgt worden. Und wir haben jetzt ein ganz modernes Heizungskonzept. Wir setzen hier auf Brennstoffzelle mit BHKW, also eine Brennstoffzelle, die zusätzlich noch um einen Generator erweitert ist, sodass wir auch eine entsprechende Stromerzeugung haben. Wir nennen das Stromerzeugende Heizung. Und der Vorteil hier ist eben, dass wir hiermit die Winterlücke schließen, die die PV uns nämlich bringt. Wir haben Dezember, Januar, Februar. Ich nenne das immer gerne das Tal der Tränen. Und das sind eben die Monate, wo die Photovoltaikanlage einfach gar nichts bringt. Und hier nutzen wir halt das Brennstoffzellenkonzept mit dem angehängten Generator dazu, entsprechend Strom im Winter zu erzeugen. Und diesen natürlich dann auch im E3DC zwischenzuspeichern. Das Hauskraftwerk, die Spinne im Netz, die alle Energie aufnimmt, speichert, verteilt. Das Hochleistungsenergiemanagement steuert Komfortstrom, Wärme, Mobilität. Alles. Das Konzept umfasst natürlich auch die Warmwasserbereitung. Die Warmwasserbereitung geschieht hier im Winter dadurch, dass das Blockheizkraftwerk, also die Brennstoffzelle, das Warmwasser im Winter erzeugt. Im Sommer geht die Brennstoffzelle aus und dann übernimmt hinter mir eine Brauchwasserwärmepumpe die gesamte Warmwasserversorgung, weil im Sommer haben wir einfach genügend Strom, um entsprechend die Brauchwasserwärmepumpe mit Strom zu versorgen und damit auch Warmwasser zu erzeugen. Neben mir ist der Pufferspeicher. Pufferspeicher sagt man immer ganz gerne, der kann gar nicht groß genug sein. Pufferspeicher ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Pufferspeicher, damit die Brennstoffzelle nicht ins Takten gerät. Das Schöne an der Brennstoffzelle, sie ist von FISMAN, die PTP2. Sie ist taktbar, das heißt, ich kann sie im Sommer ausschalten, wenn ich sie nicht brauche. Ja, und im Winter dann schaltet sie sich selber ein, wenn die Verhältnisse entsprechend sind, dass Wärme gebraucht wird. Und zusätzlich dazu, das ist hier, ich glaube, das erste Mal sogar verbaut worden, ist es ein Splitgerät von FISMAN. Das heißt, die Brennstoffzelle und der sogenannte Spitzenlastkessel, der bei Blockheizkraftwerken immer dabei sein muss, sind voneinander getrennt, weil dieser Heizraum sehr, sehr klein ist. Und die hätte man als Kompaktgerät von FISMAN, also wo Spitzenlastkessel und Brennstoffzelle in einem Gehäuse sind, einfach nicht hineinbekommen. Und so war es halt möglich, auch hier die Brennstoffzelle so einzubauen, dass sie entsprechend effektiv arbeiten kann. Ganz besonders wichtig ist es dabei, auch die Mobilität in das Konzept einzubeziehen. Um die persönliche Energiewende hinzubekommen, ist eine Maximierung der Energieerzeugung notwendig und eine Maximierung des Eigenverbrauches. Um das hinzukriegen, brauchen wir Wallboxen, nämlich Elektrofahrzeuge, die wir hier mit laden. Weil nur so ist gewährleistet, dass wir die Maximierung des Eigenverbrauchs erreichen und damit hohe Autarkie gerade fahren. Familie Hoffmann-Krüger hat zwei Elektroautos. Hier im Altbau haben wir eine entsprechende E3-DC Wallbox, die in mehreren Versionen geschaltet werden kann. Sie kann mit Mischbetrieb gefahren werden. Das heißt, ich kann Überschuss aus der Sonne und aus dem Netz laden. Oder ich kann sie so einstellen, dass ich nur mit Überschuss lade. Oder ich kann sie auch so einstellen, dass sie auch aus dem Akku ziehen kann. All das ist mit dieser Wallbox möglich, weil diese Wallbox sich mit dem S10 Pro entsprechend über CAN-Bus und über LAN unterhalten kann. Beim Mehrfamilienhaus geht derweil die Speichertechnik an Bord. Hier setzt Holger Laudlei auf Quadroporte von E3-DC. Ja, hier im zentralen Technik-Rom von dem 24-Parteien-Haus haben wir hier jetzt Quadroporte. Und zwar sechs Türme von Quadroporte, also 26 Kilowattstunden. Also insgesamt 156 Kilowattstunden Speicherfähigkeit. Ausspeiseleistung 27,5 kW. Komplette Leistung für Dauer und ganz kurzzeitig sogar 36 kW. Und das ist schon enorm, brauchen wir für dieses Haus auch, weil wir haben natürlich das Problem bei den Quadroporte, dass wir hier auch höhere Verluste haben durch das Ein- und Ausspeichern, weil es eben Wechselstromgeräte sind. Der Neubau. Ein Flachbau. Auch dort sollten PV-Module drauf. Aber wie? Das Besondere hier, das wurde etwas misstrauisch beäugt von den ortsansässigen Handwerkern, ist, wir haben die gesamte Aufständerung in die Dachpappeneindeckung eingeschweißt. Ja, und das kannte man hier gar nicht. Das Gleiche haben wir auch bei dem 24-Parteien-Haus auch genauso gemacht. Das ist eigentlich eine ganz leichte Art, wie man sehr, sehr sicher eine Photovoltaikanlage auf Flachdächern befestigen kann. So wächst hier die Infrastruktur der Eigenenergieversorgung. Und hier haben wir eine Photovoltaikanlage von 14,4 kW Peak drauf in Aufständerung. Im Technikraum schon wieder natürlich ein Hauskraftwerk von E3DC. Ja, wir haben hier das klassische S10 Pro Gerät als Energiemanagement und Speichermanagement. Im Moment können wir natürlich sehen, wie wir noch Batterietraining machen, weil wir haben es gerade frisch in Betrieb genommen. So dauert halt der Augenblick. Die Batterie muss einmal komplett gefüllt werden, einmal komplett entladen werden, damit ist das Batterietraining erledigt. Und wir müssen natürlich hier bedenken, hier haben wir eine Passivhausbauweise, also nahe Passivhaus. Und hier können wir kein Blockheizkraftwerk einsetzen. Das ist unmöglich, weil wir so wenig Gas verbrauchen würden, dass wir gar keinen Gasanschluss kriegen. Und deswegen haben wir hier eine FISMAN Wärmepumpe drin. Und das sind so die typischen Häuser, die ideal für Wärmepumpe geeignet sind, weil es einfach nicht anders geht. Ein ganzer Straßenzug wird autark. Dank einem grandiosen Holger Laudelei mit all seinem Wissen und dank der Technik von E3DC, die all das erst möglich macht. Ich habe jetzt Holger Laudelei so gelobt mit seinem tollen Projekt, aber wir müssen mal sagen, das muss ja auch mal jemand machen. Wir haben ja wirklich Leute gehabt, die Betreiber, die sagen, wir machen das. Die muss man ja auch mal richtig loben. Sie müssen die Kunden loben, die das Risiko eingehen. Die wissen ja gar nicht, was auf ihn zukommt. Und bei uns ist in jeder Beratung, wenn es komplexere Systeme werden, ich sage als allererstes, sind sie sich im Klaren darüber, was sie vorhaben. Ja, ja, wir wollen das machen. Das Geld kriegen wir. Ich sage, es geht nicht ums Geld. Haben sie die Nervenstärke, das durchzustehen? Wieso Nervenstärke? Das muss ich doch nicht selber bauen. Ich sage, wir müssen es beantragen beim Netzbetreiber. Und dann geht der Kampf los. Was sie vor sich haben, können sie sich im Moment noch nicht vorstellen. Wir haben es bei Hoffmann und Krüger, sie haben sie selber im Interview gehabt und da hat sie das, glaube ich, auch gesagt. Ich glaube, das haben sie nicht veröffentlicht, aber ich kann es ja heute sagen. Wenn sie das gewusst hätten, was auf sie zukommt, ist drin drin. In den beiden Schwierigkeiten. Genau, hätten sie es nicht gemacht. Und das muss man ehrlich sagen, die Netzbetreiber legen einen so viel Knüppel in den Weg, dass ich das verstehen kann, dass die Kunden extreme Probleme haben. Und deswegen sind wir so ehrlich und sagen im Beratungsgespräch am Anfang gleich, was kommt auf sie zu? Unser Zuschauer Dave Hellbart, der ist ganz oft bei den Livestreams dabei. Dave verspätet sich immer stark bei den Livestreams und bekommt dann Klassenbucheinträge, aber er guckt dann die ganze Sendung noch. Dave hat eins geschrieben hier. Unser Holger hat hier mal wieder ganze Arbeit geleistet. Der Netzbetreiber wird ihn hassen. Da haben wir ja auch die Schwierigkeiten im Film gemacht. Und ich muss diese Frage einfach mal oder diese Bemerkung aufgreifen zu sagen. Ist es so, dass wirklich bei den Netzbetreibern Leute sitzen, die sagen, wir verhindern das absichtlich systematisch? Oder ist die Bürokratie und das Nicht-Eingestellt-Sein auf solche Veränderungen das Problem? Das eine nimmt das andere mit. Die Netzbetreiber sind grundsätzlich erstmal dafür, solange sie es selbst überblicken. Sobald man mit komplexeren Lösungen kommt, die etwas schwieriger sind, wird es für den Netzbetreiber auch schwierig, das zu beurteilen. Und dann zieht man sich auf die bürokratische Schiene zurück, indem man einfach das Leben so dermaßen zur Hölle macht, dass sie einfach hoffen, der hört auf, der gibt auf unterwegs. Und ich kann Ihnen ein Beispiel, das ist in Thüringen passiert, dem habe ich eingeschärft, sag kein Wort, du willst den Netzanschluss größer haben. Sag kein Wort von regenerativer Energie. Hat er auch nicht gemacht. Netzanschluss wurde auf 150 kW vergrößert, wurden drei Sicherungen reingesetzt, hat 1500 Euro gekostet. Lassen Sie mich mal eben zur Ratsende erzählen. Dann passierte folgendes, dann haben wir den Antrag gestellt auf Blockheizkraftwerk, Photovoltaik und Speicherung. Dann kam vom Netzbetreiber, ja, aber das geht an den Netzanschluss nicht mehr. Da müssen wir sie drei Kilometer weiterschicken zum nächsten Travo. Merken Sie was? Der Netzanschluss ist der gleiche. Dann kamen Ausreden wie, die harmonischen Oberschwingen, deren Wechselrichter passen nicht in den Netzabschnitt rein. Und so weiter und so weiter. Ich will Sie da nicht mit langweilen, was harmonische Oberschwingungen sind. Harmonie kennen Sie vielleicht, aber Oberschwingungen sind wahrscheinlich das große Problem. Können Sie sich vielleicht nicht so zusammenbringen. Jedenfalls, harmonische Oberschwingungen ist völliger Blödsinn alles. Man macht dann den Leuten das Leben zur Hölle, wenn die Netzbetreiber merken, es kommt eine regenerative Energieerzeugungsanlage. Und ich kann dann nichts mehr verdienen an dem Netzanschluss. Gut, mit harmonischen Oberschwingungen hat man nur Probleme, wenn man technisch schon mal was davon gehört hat. Ich habe all diese Probleme nicht. Aber ist es so, dass tatsächlich, sagen wir mal so, gibt es eine Hauspolitik, wo es eine Anordnung gibt, werft den Steine in den Weg? Oder sind das die Leute in den Abteilungen selber, die sich darüber ärgern? Ist das klar formulierte Unternehmenspolitik bei den Netzbetreibern, wo gesagt wird, wir verhindern das, Leute, tut was ihr könnt? Oder passiert das so wie bei den öffentlich-rechtlichen Medien? Da haben wir ja auch praktisch eine Gleichschaltung, die von selbst kommt. Ich glaube, ich kann es nicht beweisen, aber ich merke es ja an den ganzen Anträgen, wo wir immer Knüppel zwischen die Beine geworfen kriegen. Ich glaube, das ist teilweise Politik der Netzbetreiberkonzernpolitik. Die haben ganz klare Anweisungen, macht es den Leuten schwer, macht es denen einfach schwer. Lass uns das bitte so bürokratisch machen, dass alle aufgeben. Und das ist ja auch der Erfolg der Balkonkraftwerke. Dadurch ist der Erfolg ja entstanden. Die müssen einfach nur in eine Steckdose gesteckt werden und gehen. Und die Leute haben auf diesen bürokratischen Irrsinn keine Lust. Und wenn wir Energiewende schaffen wollen, müssen wir bürokratische Hürden komplett abreißen. Wir schaffen das sonst einfach nicht. Eine Frage, Tim von R, die ganz oft kommt und sich auch die Frage stellt oder viele Zuschauer stellen die Frage, warum macht ihr das zu wenig? Er sagt, finde es schade, dass man keine Wirtschaftlichkeitsberechnung dazu hat. Würde mich ja mal interessieren, nach wie vielen Jahren sich so eine massive Investition würde auf über sechsstellig tippen rechnet. Und wir haben ja ganz oft oder meistens gar keine Wirtschaftlichkeitsberechnung und wir haben auch gar keine Preise oder diese Angaben kostet so und so viel tausend, kostet so und so viel. Das haben wir eigentlich gar nicht drin. Und die Antwort ist, warum haben wir das eigentlich so selten? Weil es sind nämlich genau die Aspekte, haben wir in der letzten Sendung schon mal besprochen, es spielen in der Wirtschaftlichkeit sehr viele Aspekte, die gar nicht übertragbar sind. Zum Beispiel das Thema Abschreibung, was damit zu tun hat, wie die Steuerlast der Leute ist, die die solche Anlagen eben bauen. Und das lässt sich eben nicht Pi mal Daumen so sagen. Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind unfassbar individuell. Genau. Und wir haben es ja sogar einmal gemacht, können Sie sich vielleicht erinnern, vor ein paar Jahren haben wir die live gezeigt, die Wirtschaftlichkeitsberechnung und sind danach völlig zerrissen worden. Hat uns auch keiner geglaubt. Nein, hat uns auch keiner geglaubt. Da haben wir es wirklich live gezeigt und dann sind wir zerrissen worden mit unmöglichsten Kommentaren. Das sind ja dann auch meistens Leute, die da nicht so im Thema dann stecken und deswegen machen wir das nicht mehr. Ich kann jetzt mal zu dem autarken Straßenzug sagen, wir haben natürlich eine Wirtschaftlichkeitsschätzung machen müssen. Das ist eine Schätzung und keine Berechnung. Und die Banken wollen sowas auch sehen, obwohl sie es meistens nicht lesen können. Aber diese Wirtschaftlichkeitsschätzung berufen sich auf vier Säulen, hatte ich Ihnen auch schon erzählt. Einmal die Stromvermeidungssäule, Strombezugsvermeidungssäule, die Strompreiserhöhungssäule, die Säule letztendlich, die wir eben angesprochen haben, die Abschreibung. Und die letzte Säule, die jetzt neu dazukommt, ist die CO2-Problematik. Weil je mehr CO2 letztendlich wir weniger emittieren, desto mehr grünes CO2 quasi erzeugen wir, sparen also ein und dann sparen wir eben den Tonnenpreis. Und wir gehen auf den Tonnenpreis. Die Grünen haben jetzt 60 Euro pro Tonne gefordert. Und das ist bei so einem normalen Einfamilienhaus liegen wir mit Gasverbrauch etwa bei guten zwischen sechs und zwölf Tonnen. Das ist nicht wenig, was da im Jahr dann zusätzlich anfällt. Und das sind die Potenziale, womit letztendlich Wirtschaftlichkeit dargestellt wird. Und dann muss halt jeder über einen Steuerberater verfügen, der das in die entsprechende Steuerberatungstätigkeit einarbeitet. Wenn man die Abschreibung eigentlich nicht so reinrechnet, wenn man so die klassischen Rechenmodelle nimmt, auch im Gewerbebereich. Gewerbebereich rentiert sich schneller als der Privatbereich. Dann liegt man sehr oft sieben, acht, neun Jahre, manchmal sechs Jahre, manchmal zehn Jahre. Wie ist es bei sowas wie dem Mehrfamilienhaus im autarken Straßenzug? Da sind Sie so im Bereich zwischen sechs und acht Jahren. Oh, Wahnsinn. Ja, und wir haben jetzt, wir beraten ja Industriebetriebe und wir haben jetzt einen Industriebetrieb mit 1,2 Millionen Kilowattstunden. Der ist unter sechs Jahren. Dann sind die durch. Dann sind die durch. Wahnsinn. Das ist unglaublich, das funktioniert aber. So, wenn wir jetzt mal die Stunde der Ehrlichkeit ankündigen, meine Damen und Herren, möchte ich jetzt einen Punkt ansprechen. Den habe ich schon länger im Kopf. Das passt bei dieser Amortisationsgeschichte. Das ist mein Talent, die Sendezeit in die Länge zu ziehen. Wenn man jetzt Folgendes sagt, wir berechnen ja beim Mehrfamilienhaus. Haben wir ja so Amortisationszeiten von zehn Jahren. Kann man Komfortstrom, Wärme reinnehmen, Mobilität geht schneller. Ich kenne aber auch viele Solateure, die legen den Leuten Berechnungen von 15 Jahren vor. Wir wissen, wenn E-Mobilität dazukommt, dann geht es wirklich, also E-Mobilität würde ich mal sagen, bei normaler Fortbewegung bei einem Auto verkürzt man die Amortisationszeit um zwei Jahre. Aber lassen Sie es mal zehn Jahre sein oder sogar 15 Jahre, was ich jetzt für zu lange halte, zumindest beim Einfamilienhausbereich. Aber nehmen wir mal die zehn Jahre. So, jetzt sagen wir immer, ja, die Leute machen das alles nicht und doof und dämlich und danach gibt es den Strom for free und so weiter und so fort. Ist es aber nicht so, mal so von der Denke der Leute her zu sagen, ich investiere jetzt Geld, das sich in zehn Jahren amortisiert hat. Und ich muss darauf setzen, dass die Anlage noch mal länger läuft als diese zehn Jahre, weil sonst bringt mir das gar nichts. Also mal nüchtern betrachtet, für Unternehmer ist es noch schlechter, Häuslebauer sind schon bereit langfristiger zu installieren. Muss man nicht fairerweise mal sagen, obwohl wir es für wünschenswert halten, dass man sagt, naja, den Leuten eine Entscheidung abzuverlangen, etwas zu investieren für etwas, was in zehn Jahren sich erst gerechnet hat. Und ich dann sozusagen hoffen muss, dass die Technik, die ich gekauft habe, länger läuft, ist schon mutig. Ja, aber wir wissen ja mittlerweile aus den langen Betriebsjahren, die wir schon Photovoltaik machen, wissen wir ja, dass wir heute mit 30 Jahren bei den Modulen rechnen können. Bei den Wechselrichtern ungefähr 15 Jahre, dann ist die erste Reparatur fällig. Und bei den Speichern haben wir die ersten Anlagen jetzt die zehn Jahre alt, sind nur noch laufen. Das ist nicht mutig, das ist einfach normal weg im Moment. Also die Leute haben damit auch wenig Schwierigkeiten, zumindest auf unserer Kundenseite ist das tatsächlich so. Und die Amortisationszeiten, was viele Kollegen nicht machen, ist, ich berechne bei einer Wirtschaftlichkeitsschätzung grundsätzlich auf 30 Jahre und ich berechne in der Wirtschaftlichkeitsschätzung grundsätzlich die Strompreiserhöhung mit ein. Machen viele Kollegen nicht. Alle glauben ja in Deutschland, Strompreise werden nicht weiter steigen. Strom muss mal billiger werden. Haben Sie schon mal erlebt, dass in Deutschland was billiger wird? Nee, das heißt, das ist auch so ein Punkt, die Regierung will ja jetzt auf die EG-Umlage einzahlen und dann sagen alle, die Strompreise sinken. Da sage ich, nee, die Stromkonzerne stecken sich das Geld rein. So ist es, genau so wird es passieren. Genau so wird es passieren. Da vermerken die Verbraucher gar nichts. Sinkt dann vielleicht ein, zwei Cent, wird aber relativ schnell wieder… Das ist ja immer das Anfüttern, mal eben ein, zwei Cent hoch und dann knallen die bei der nächsten Erhöhung gleich richtig wieder rein. Ich habe das ja schon oft genug gesagt, ich habe eine Strompreisrechnung von 1974 von meinen Eltern, da waren wir bei zwei Pfennig. Das muss man sich mal reinziehen. Zwei bis vier Pfennig, so in dem Dreh war das damals. Wann war das, 1872? Nein, 1974. Und seitdem sind die Strompreise im Durchschnitt, kann man zurückrechnen, um 8,5 Prozent gestiegen jedes Jahr. Das ist natürlich bei zwei Cent ist 8,5 Prozent gar nichts. Aber bei den jetzigen Preisen, die wir haben, ist das eine ganz andere Liga. Und das wird weiter steigen, die Strompreise. Wenn die Elektromobilität jetzt zunimmt und so weiter und so weiter, wird das weiter steigen. Ja, das ist auch, also jedes Geld, was da angeblich für EEG und was weiß ich kommt, das kommt nicht an. Eine Frage von Tiptop, die wird Holger Laudlei so richtig gefallen. Oh. Moin, super umgesetzt, Holger und Team. Ed Holger Laudlei, was sind die Gründe, warum für das Tal der Tränen keine Fassadenmodule eingesetzt werden? Fläche und Bedarf ist ja vorhanden. Reicht einfach nicht, langt nicht. Ich selbst habe ja seit vielen, vielen Jahren Fassadenanlagen und er hat auch recht, im Winter macht eine Fassadenanlage durch, weg Leistung. Aber sie kriegen einfach nicht genug rein im Winter. Das Tal der Tränen, Dezember, Januar, Februar lässt uns wenig Spielraum. Also auf jeden Fall nicht so viel Spielraum, dass wir damit den Speicher nachladen können. Reicht einfach nicht. Und Fassadeninstallation ist zur Dachinstallation sehr teuer, weil sie an der Fassade arbeiten müssen. Heinrich Bernhard Münzebrock, ein sehr kritischer Zuschauer von uns, muss ich dazu sagen, schreibt, im Winter bleibt nur das BHKW mit Erdkass, um das Mehrparteienhaus mit Energie zu versorgen. Das können wir nochmal klar machen. Ja, das BHKW ist eigentlich in dem Fall der Joker in dem Spiel, weil wir damit eben überbrücken können. Genau, das ist der Sinn des Blockheizkraftwerkes und wir legen das Blockheizkraftwerk absichtlich ja so klein wie nötig aus. Ja, es sind ja keine Blockheizkraftwerke, die komplett Volllastbetrieb, also 8700 Stunden fahren, sondern die Blockheizkraftwerke werden ausgelegt für drei bis dreieinhalb Tausend Heizstunden pro Jahr. Und dann muss es schön klein sein, weil zu jedem Blockheizkraftwerk gehört ein Spitzenlastkessel, weil wenn Holland in Not kommt, wenn es zu kalt wird, dann geht ja eh ein Spitzenlastkessel rein. Und dadurch, dass wir das alles so schön klein halten, ist es extrem betriebswirtschaftlich. Jetzt kommt eine Fachfrage, die kann ich wieder nur so vorlesen. Erik Prager schreibt, cooles Projekt, das verstehe ich noch. Vor allem das Mehrfamilienhaus fand ich spektakulär. Habe da eine Frage. Das BHKW, 16 kW elektrisch und 50 kW thermisch sind eine seltene Kombi. Was ist das für ein Hersteller und warum nimmt man nicht was mit 24 kW elektrisch bei 50 kW thermisch? Die Förderung ist doch mehr als optimal gerade. Ja, ist das zu groß, 24 kW. Wir wüssten nicht, wohin mit dem Strom. Weil den Strom müssen wir ja einspeisen, kommen wir ja nicht drum rum, den überschüssigen. Ansonsten laden wir mit dem BHKW ja die Akkus nach im Winter. Und der Hersteller, den wir hier gewählt haben, ist Remea oder auch Neotower. Die sind beide baugleich. Und die bauen halt in dieser Kombination die Blockheizkraftwerke. Und wir verwenden sehr, sehr viel Remea und also sehr viel Neotower, weil das für uns sehr, sehr gute Geräte sind. Ja, Karol Babioch schreibt etwas, das lese ich deshalb vor. Erstens, weil ich die Frage verstehe. Und zweitens, weil wir das wirklich mal kurz besprechen wollen, was immer, 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 immer wieder kommt, wenn wir von dieser Autarkie reden. Er sagt, nettes Projekt und tolle Arbeit, woran ich mich aber immer etwas störe, es wird von Autarkie und so weiter gesprochen. Gas braucht man dennoch. Von Power to Gas sind wir auch noch weit weg. Insofern ist das zwar ein großer Schritt, aber eben noch weit weg von völliger Autarkie. Wir zeigen Grafiken 100 Prozent Autarkie. Dafür haben wir eben tatsächlich die Abhängigkeit vom Gasnetz. Müssen wir fairerweise sagen, hat der Fragesteller recht. Aber ich sage jetzt mal was, was viele gar nicht wissen. Gas verursacht etwa 200 Gramm CO2 bei Gasbezug pro Kilowattstunde. Wenn wir aus dem Netz beziehen würden, dann haben wir etwa 700 Gramm pro Kilowattstunde. Und die Differenz dazwischen, das ist zumindest besser, als das Netz zu bemühen. Und wenn wir erstmal auf den Geschichten funktionieren, dass Power to Gas geht und dass wir Windgas oder auch von mir aus Photovoltaikgas oder wie auch immer man das Gas dann nennen kann, durch die Gasnetze leiten, dann ist das halt CO2-neutral. Und das ist das, worauf wir hinarbeiten. Also es sind Zukunftsinstallationen, die wir da machen. Also die Autarkie findet letztendlich quasi nur auf dem Papier statt. In Wirklichkeit brauchen wir noch einen fossilen Brennstoff. Aber nur für die Übergangszeit. Naja, da habe ich mir überlegt, ja wir regen uns auf über die Energieversorger und über die Netzbetreiber und sagen, ja die Netzbetreiber, die machen das Netz teuer. Und die Energieversorger und so weiter. Und dann machen wir jetzt Gas. Und über die Gasversorger reden wir gar nicht. Die Gasversorger sind von uns völlig unangegriffen. Das wird gezahlt. Kubikmeter kostet so viel. Können wir wirtschaftlich darstellen. Sind wir nicht ein bisschen unfair? Müssten wir die Gasversorger nicht auch mal ein bisschen kritischer beleuchten? Also wir müssten damit, wenn diese Installationsform sich mehr durchsetzt, müssen wir mit den Gasversorgern mit Sicherheit anfangen, uns die auch mal zu betrachten. Weil die sind auch nicht ganz ohne, die Gasversorger. Wir haben sehr, sehr viel Verluste auf den Leitungen. Das darf man nicht unterschätzen. Methan, das entweicht, ist ein sehr, sehr schlimmes Klimagas. Es ist schlimmer als CO2. Und das muss man auch beleuchten. Deswegen müssen wir ja von dieser letztendlichen Gasversorgung auch weg hin zu einer Gasversorgung, die wir selber auf die Beine stellen. Nein, da sind wir wieder bei Windgas oder bei Photovoltaikgas. Und es wird ja gerade ein großes Projekt in der Lausitz. Sie haben, glaube ich, bei GP Joule, haben sie, glaube ich, auch schon mal gefilmt. Und GP Joule ist da ganz gewaltig dran, ein Photovoltaikgasprojekt auf die Beine zu stellen. Und das müssen wir halt tun in diesem Land. Dazu haben wir auch genug Platz, um das zu tun. Und das muss nur vorangetrieben werden. Und die Bundesregierung investiert ja jetzt in die Wasserstoffforschung und in die Herstellung. Sieben Milliarden gehen da jetzt rein. Und da hoffe ich schon, dass da was passiert. Ja, genau. Also wie gesagt, die Gasversorger lassen wir eigentlich bei unseren Betrachtungen völlig aus zuvor. Die müssen wir uns noch vornehmen. Die Energieversorger, da treffen wir auf richtige Katastrophen. Das ist nämlich noch eine ganz andere Liga als Strom. Vor allen Dingen wird da ja mehr mit dem Domen geschätzt als alles andere. Okay. So, Rainer 030 spricht ein konkretes Produkt an oder eine Firma. Ich nehme die Frage aber mal rein, weil da eigentlich eine ganz interessante Überlegung dahinter steckt. Er sagt, wenn die Weiland-Sprennstoffzelle so haltbar ist wie unsere Weiland-Heizungssteuerung, Brennwerttechnik, Solarwassernutzung, dann hält die Anlage keine zwei bis drei Generationen, sondern maximal fünf Jahre. Bis ein Weiland-Techniker mal eben das Beta-Modul gegen das richtige ausgetascht hat, danach nichts mehr funktioniert. Und dann sagt er, nach zehn Jahren gibt es noch nicht mal Ersatzteile dafür, obwohl die heutigen Anlagen praktisch gleich aussehen. Also, was er meint ist… Er spricht die Vita Valor von Weiland. Ja, da geht es gar nicht um Weiland. Aber wir bauen natürlich Technik ein, die wirklich über Jahre, lange Jahre arbeiten muss, die auch wirklich funktionieren muss, weil wir die Amortisationszeiten dagegen rechnen. So ist es. Und die Frage ist eben wirklich, ob diese Technik, und da wird ja auch verbrannt und weiß der Teufel alles was, ob das wirklich so langlebig ist, wie wir immer prognostizieren. Also, wir haben uns jetzt speziell auf diese Zelle eingeschossen, weil diese Zelle von Panasonic stammt und Panasonic, die in Japan seit 20 Jahren einsetzt, mit großem Erfolg. Wo er recht hat, es gibt mit den sogenannten Split-Geräten Schwierigkeiten, aber wir verwenden einfach keine Split-Geräte. Wir haben immer das Komplettgerät, also alles in einem einzigen Gehäuse und haben bis jetzt da, ich weiß, Dutzende von Anlagen am Laufen und wir haben diese Probleme alle nicht. Und die Älteste ist jetzt, glaube ich, auch schon im siebten Jahr. Also, diese Probleme haben wir im Moment nicht. Gut. Wie lange hält eine Brennstoffzelle wirklich? Zehn Jahre. Und BHKW? Zehn Jahre. Dann ist der Stack, der Brennstoffzellen-Stack im Eimer, ja. Da muss man wechseln. Aber sie betreiben ja, das wird ja immer wieder vergessen. Sie betreiben das als Gewerbe. Die Brennstoffzelle ist Gewerbe. Sie schreiben ab gegen ihre Einkommensteuer. Und ich habe mal einen, da haben wir auch zusammen gedreht, Mehrwertsteuer zurück hieß die Sendung. Können Sie sich daran erinnern an die beiden Banker, die das mal beschrieben haben? Da hat der eine Banker gesagt, ich bin nach zehn Jahren froh, wenn was kaputt geht. Dann kann ich wieder Geld ausgeben. Okay. So, eine Fachfrage. Wir haben ja auch eine Sendung gemacht über die Schwierigkeiten. Liegt gut. Und der Wissenskiosk schreibt, Zählerknappheit ist aber ein generelles Problem von Netzbetreibern. Wir hören ja mittlerweile, es gibt Knappheit an Holz, gibt Knappheit an das. Gibt es sowas wie Zählerknappheit? Ja, gibt es, haben wir auch die Problematik. Wir setzen ja hauptsächlich Zähler von Discovery ein, als externen Messstellenbetreiber. Und wir haben größte Schwierigkeiten, an Zähler ranzukommen. Weil Zähler bestehen aus Kunststoff. Kunststoff ist knapp im Moment. Und Zähler beinhalten gewisse elektronische Bauteile, die auch im Moment am Markt knapp sind. Also Zählerknappheit ist ein echtes Problem. Wir haben zum Beispiel bei dem Projekt, sind immer noch nicht die sogenannten Meteoriten. Das sind die elektronischen Teile, die oben auf die Zähler gesetzt werden. Meteoriten? Ja, sie kennen nur Meteoriten aus dem All. Es hat einfach keinen Sinn, mit ihnen zu diskutieren. Nein, diese sogenannten Aufsetzelektronik-Bauteile, das werden sie verstehen. Nehmen Sie doch mal so zwei Handpumpen in die Sendung mit, um mir sowas zu erklären. Ja, wir können mal mit Handpumpen arbeiten. Seien Sie sich über die Fliege irritiert, das ist eine Drohne. Ja, war klar, die macht Bilder von hinten wahrscheinlich. Nein, also es ist tatsächlich so, dass in diesem Mehrparteienhaus da in Ludwigsfelde, dass da immer für die Mieter sitzen die Meteoriten immer noch nicht. Ja, es ist halt nicht da. Wenn man es nicht hat, hat man es nicht. Was soll ich da machen? Das kann alles gar nicht sein. Ja, Solarkabel gibt es im Moment auch nicht. Warum nicht? Ja, das gibt es nicht. Die Konten wird aus China nicht importiert. Nein, die werden in Deutschland hergestellt, aber das gibt es einfach nicht. Und wenn dann mit exorbitanten Preiserhöhungen. Da haben Sie Angebote vor vier, sechs, acht, zehn Wochen geschrieben. Dann sagt der Kunde zu und jetzt können Sie das Angebot nicht mehr halten, weil das Solarkabel um 25 Prozent teurer ist. Das ist doch wie im Osten. Wir haben DDR2 aufgemacht. Haben Sie das noch nicht gemerkt? Die was? Die DDR2 ist aufgemacht. Ja, so ungefähr. Kommt mir genau so vor. Improvisationstalent ist gefragt. Wir brauchen jetzt gebrauchte Solarkabel. Go4Truth911 schreibt, das Video erinnert mich ein wenig an die Stromrebellen von Schönau. Und Daumen hoch. EWS. Und genau, das meint er total nett und die Frage habe ich jetzt deshalb genommen, weil ich dachte, als ich diese Frage gelesen habe, habe ich gesagt, nee, erinnert mich eigentlich nicht dran, weil das, was da gemacht wird, ist ja eigentlich reguläre Praxis. Also eigentlich ist es ja nicht so, man muss ja nicht Rebell sein, sondern was Sie machen, ist ja eigentlich etwas, was regulär erlaubt ist und was im Grunde genommen kein Rebellentum ist, sondern Sie setzen normale Technik ein für normale technische Möglichkeiten. Und wir sind eigentlich über dieses Rebellentum, finde ich, schon ein bisschen hinaus. Da sind wir weit drüber hinaus. Die Stromrebellen von Schönau, die hatten ja ganz andere Probleme vor 30 Jahren. Nein, die Probleme haben wir zum Glück ja nicht mehr. Aber der Netzbetreiber, der kein Interesse daran hat, das umzusetzen, legt einen Knüppel zwischen die Beine. Und Sie haben das ja nicht ganz so detailliert gezeigt, das konnte man ja auch kaum. Aber hier mal nur mal ganz kurz am Rande. Der Anschluss, den das Mehrparteienhaus hatte an der Seite, hätte die Leistung aufnehmen können. Und man hat uns 250 Meter weiter geschickt zum nächsten Straßenverteiler. Da musste eine Leitung gelegt werden. Das sind unnütze Kosten. Das ist dummes Zeug. Das macht die Wirtschaftlichkeit nicht kaputt, aber erschwert die Wirtschaftlichkeit. Und dafür kann man den Netzbetreibern nur mal sagen, Leute, wenn ihr Energiewende wollt, dann müsst ihr die Dinge einfacher machen. Und letztendlich wäre es einfacher gewesen an der Stelle. Aber man wollte das halt nicht. Man wollte mit allen Mitteln verhindern. Sony Fotoguy schreibt, schönes Projekt. Das Dach wirkt doch recht flach. Wie sieht es da im Winter mit Schnee aus? Der dürfte ja manchmal wochenlang die Panels bedecken. Aber wenn es schneit, ist das so. Ja, aber im Winter haben sie eh keinen Ertrag. Deswegen ist das Unsinn. Also ich kenne viele Leute, die jetzt, lasst es bleiben, es ist gefährlich. Die gehen aufs Dach und schieben den Schnee runter im Winter. Also das kann man sich sparen. Und wenn es ganz wenig Schnee ist und die Module kriegen ein bisschen Sonne ab, dann schmilzt der auch ganz schnell. Das ist also nicht das Problem. Die Grenze ist immer 5 Grad. Also damit der Zuschauer auch weiß, wovon wir reden. 5 Grad damit Wasser ablaufen kann. Wobei man dazu sagen muss, die Paneele sind mit dem Schnee bedeckt. Im gesamten Jahresverlauf spielt das einfach eine Rolle. Null, merken Sie nicht. Christine oder CH-Schrö fragt, was kostet dann die Kilowattstunde, wenn man das so macht? Wenn Sie die Wirtschaftlichkeitsschätzung entsprechend für die 30 Jahre betrachten, dann liegen wir bei der Erzeugung der Kilowattstunde inklusiv BRKW zwischen 8 und 9 Cent etwa. Inklusiv Speicherung. Was ist da reingerechnet? Ist da sowas wie Wartung und Reparatur und so weiter mit reingerechnet? Ist alles mit drin. So, dann gibt es noch eine Frage von Sebastian Richtig. Er sagt, 24 Parteien mit 32 kW Spitzenlast. Das ist ja nichts. Ich habe zwölf Wohnungen mit 77 kW Spitzenlast. Das kommt drauf an. Dann wird er Durchlaufwitzer haben. Das wird jetzt eingebaut in dem 24 Parteienhaus. Da kommen jetzt keine Durchlaufwitzer rein, da kommen eh Herde rein jetzt. Die haben noch mit Gasherden gearbeitet. Das ist von Haus zu Haus verschieden. Und deswegen, wenn wir solche Projekte angehen, dann ist es immer sehr, sehr schwierig für uns, weil wir keine, wir haben keine belastungsfähigen Zahlen. Weil wir kommen ja an die Verbräuche der einzelnen Parteien nicht ran, weil die ja noch nicht gemeinschaftlich zusammengefasst sind. Und deswegen kann man da sich auch mal verschätzen. Und er hat halt ein Mehrparteienhaus mit einer höheren Leistung, ja. Baltic Dubai denkt an die Mieter. Er schreibt, interessant wäre es zu erfahren, was die Kostenbelastung für die Mieter ist. Und zwar im Vergleich vorher nachher. Haben die Mieter eigentlich was von dieser Lösung? Ja, die haben gewaltig was davon. Also der Strompreis ist ungefähr 10 Prozent unter dem Netzpreis. Und, und das ist ganz entscheidend, und das ist auch fair, die Familie Hoffmann-Krüger hat keinerlei Mieterhöhung vorgenommen. Wir hatten das übrigens beim Hennehaus damals auch nicht, obwohl der Umbau so riesig teuer war. Ja, wir haben keine Mieterhöhung bei den Mietern gehabt. Das gehört sich eigentlich auch nicht, weil die Anlage sich ja eh selber bezahlt. Viele Mieterprojekte, die Sie machen, sind gekoppelt sozusagen auch an der Preiserhöhung des Energieversorgers vor Ort. Ein paar Cent runter, aber die Preise steigen für die Mieter vom Strom trotzdem. Ja, es sei denn, man macht, man friert den Strompreis ein. Das kann man sich ja leisten. Wenn man nicht ganz so gierig ist, dann kann man Strompreise für fünf oder zehn Jahre einfrieren. Oder man macht das Konzept, was wir auch immer mehr bauen jetzt, die sogenannte Flatrate-Miete. Haben Sie einmal abgefilmt im Janssenhaus? Haben wir mittlerweile mehrere von. Flatrate-Miete hat den Vorteil, dass gar keine Abrechnung stattfindet und man in den Mietvertrag nur ein Verbrauchsfenster einträgt. Meinetwegen der Kunde oder der Mieter darf 4.000 Kilowattstunden verbrauchen. Kommt er da drüber, muss er bezahlen. Das ist so Flatrate-Vermietung. Setzt sich immer mehr durch im Moment. Zum Schluss noch eine Bemerkung von Ariest T. Deutschland ist mittlerweile eine einzige Luftnummer. Viel Gerede und am Ende kommt nichts dabei heraus. Solche Projekte müssten eigentlich Priorität haben und massiv gefördert werden. Und das ist eigentlich genau der Punkt an der ganzen Geschichte. Wir reden hier über technische Lösungen und Dinge und sie müssen das so machen und der Netzbetreiber noch 200 Meter weiter. Und wir haben uns ja mittlerweile auf Bedingungen angestellt. Also so nach dem Motto, so lauteleid, Trommel auf den Rücken, Schellen auf den Kopf und dann auf einem Bein stehen und dann auch noch singen. Und dann darfst du das irgendwie machen. Wir haben uns in der Energiewendebewegung viel zu sehr auf absurde Rahmenbedingungen eingestellt und eingelassen. Leider ist das so. Das lag aber daran, weil wir letztendlich, wie das alles in Gange kam, wie wir die erste große Revolution hatten, wie die ersten großen Anlagen gebaut worden sind vor zehn Jahren. Da haben die Netzbetreiber schnell gemerkt, scheiße, wenn das so weitergeht. Dann wird die Energiewende schneller kommen, als wir jemals gedacht haben. Und daraufhin haben die sich immer mehr ausgedacht. Und damit wir immer noch hinterher kamen, mussten wir uns natürlich auch dagegen was ausdenken. Und das hatten Sie vorhin ja schon so gut beschrieben. Das hat sich gegenseitig hochgeschaukelt. Und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, weil es ja immer heftiger wird für die Netzbetreiber. Wir bringen ja mittlerweile, ein 24-Parteien-Haus ist mittlerweile eine Lachnummer vom Netz zu nehmen. Wir sind bald in der Lage, Industriebetriebe vom Netz zu nehmen. Also jenseits der 1,5, 2, 3, 4, 5 Millionen Kilowattstunden. Die nehmen wir vom Netz. So, und jetzt denkt man sich immer mehr aus, wie kann ich denen das Leben zur Hölle machen? Und das ist leider so hochgeschaukelt worden im Laufe der vielen Jahre jetzt. Leider. Politisch, haben wir schon in vielen Sendungen gehabt, hängt die Politik nicht nur von den Regierungsparteien, auch bei den Oppositionsparteien. Man orientiert sich sehr an die Netzbetreiber, weil die Netzbetreiber kommen immer und sagen, wir müssen die Versorgungssicherheit herstellen. Und wenn ihr alle die Gebäude runternehmt vom Netz, dann kommen die im Winter, die wollen den ganzen Strom wieder haben, dann kracht das ganze Netz zusammen. Und dann wird gesagt, so einer wie Laudelei, der betreibt ja nur totale Entsolidarisierung. Das wird mir oft vorgeworfen. Das stimmt aber nicht. Wenn die mal zuhören würden, wie ich das wirklich meine, das tun sie ja nicht. Ich nehme ein Gebäude leistungstechnisch vom Netz. An der gleichen Stelle mache ich Platz für Elektromobilität, ohne dass ein Netzumbau stattfinden muss. Das heißt, ich mache eine Win-Win-Situation. Das Netz ist so ausgelegt, dass die Netzbetreiber dann mit den Fahrzeugen, die sowieso nachts laden, das kann ich aus der Photovoltaik nicht abdecken, das kann ich aus dem Akku nicht abdecken, dann können sie für diese Autos ja Geld nehmen. Wir können diese Autos ja letztendlich auch über den Netzbetreiber voll machen. Es ist immer noch besser, es kommt aus dem Netz, als statt sie mit Benzin oder Diesel fahre, weil das Elektroauto hat 90 Prozent Wirkungsgrad. So, und das wollen sie einfach nicht verstehen. Sie wollen nicht begreifen, dass für beide was zu verdienen ist. Nicht mehr so viel wie früher. Aber auf jeden Fall ist eine Koexistenz gegeben und das wollen sie nicht verstehen. Ja, und deshalb ist es umso wichtiger, dass es mutige Menschen gibt, die solche Projekte unternehmen. Herr Laudler, Sie haben ein wahnsinniges Glück. Die Batterie in meinem Notebook ist alle. Keine Fragen. Keine weiteren Fragen mehr, ich kann keine stellen. Die Studioregie hat sich schon gefreut, als die Batterie ausgegangen ist. Zum Schluss muss man nur noch einfach mal sagen, weil wir gerade über die politische Logik gesprochen haben. Es ist eigentlich Irrsinn, das nicht zu tun. Wir debattieren Photovoltaikmodule aufs Dach eines Mehrfamilienhauses. 24 Mietparteien. Kann die Energie selber produzieren. Und wir reden darüber, ja kriegen wir das ans Netz und der macht uns Schwierigkeiten. Es darf ja alles nicht wahr sein, weil es spricht ja nichts dagegen, das zu tun. Und die Politik müsste doch wissen, nur so können wir unsere CO2-Emissionsreduktionsziele erreichen. Es müsste sie wissen, aber gleichzeitig stellen sich diese Leute schützend vor die Konzerne. Und sie wissen natürlich auch, wenn ihre politische Karriere zu Ende ist, kriegen sie bei den Konzernen immer noch einen Job. Ich will einen Herrn Altmaier nicht einstellen. Was soll ich mit dem Vollpfosten? Da kann ich nichts mit anfangen. Und das ist das große Problem, dass die einfach noch nicht verstanden haben, wie hätte man das Ganze organisieren müssen. Vor 30 Jahren, wie fest stand, dass die Energiewende kommen, wie das Tausenddecher Photovoltaikprogramm kam. Da hätten die Netzbetreiber, und ich hätte mir gewünscht, dass es so ist, die Netzbetreiber hätten sagen müssen, Leute, das ist eine gute Sache, wir wollen es dezentral organisieren, aber zentralistisch verwalten. Was haben wir denn heute für ein Netz? Wir haben zwei Millionen Photovoltaikanlagenbetreiber, die nicht wissen, was sie da tun. Die machen das Netz gefährlich instabil, das ist Fakt. Aber hätten wir es mit denen zusammen gemacht, die hätten uns Angebote gemacht, pass mal auf, wir nutzen dein Dach, dafür kriegst du die nächsten 20 Jahre den Strom zu dem und dem Preis. Dafür nutzen wir dein Dach ohne Entgelt. Und wir können das dann entsprechend zentral organisieren, aber dezentral aufbauen. Das hätte die Lösung sein können. Aber das wollten sie ja alle nicht, sondern die haben von Anfang an, ich habe bei den Tausenddächer Photovoltaikprogramm schon die Kämpfe gehabt. Da hat man mir Knüppeln in den Weg gelegt, das können sie sich nicht vorstellen. Ich musste für meine eigene Anlage, sollte ich für 25.000 D-Mark damals das ganze Gewerbegebiet abschalten. Sie kennen das Gewerbegebiet, in dem ich lebe. Sollte ich abschalten, um nachzuweisen, dass der Wechselrichter nicht rückwärts in den Travo einspeist. Also die selbstwirkende Freischaltstelle oder Netz- und Anlagenschutz. Ach die. Ach die, ist doch klar, haben sie schon ein paar davon gehört. Und genau diese Dinge sind es. Man hat sich einfach ausgeruht und hat gesagt, wir sind die Netzbetreiber, wir werden von der Politik sowieso geschützt. Wir müssen das alles nicht mitmachen. Und jetzt stehen sie vor den Trümmern, jetzt wird Pflaster auf Pflaster geklebt und es passiert jetzt einfach gar nichts mehr. Es wird alles nur noch problematischer und die Netze werden in Zukunft instabiler werden. Je mehr erneuerbare Energien wir bauen, weil wir nicht genügend Speicher nachziehen. Deswegen ist auch bidirektionale Ladung so wichtig. Das muss kommen. Aber wir werden ja noch drüber sprechen, was das wieder für Nachteile hat. Ja, vielen Dank Holger Laudelei. Also danke auch für Ihren ganzen Einsatz. Sie sind sozusagen der Eisbrecher der Energiewende, der gnadenlos da durchfährt und das Eis bricht. Und solche Projekte kann man ja dann auch versuchen zumindest nachzumachen oder zu etablieren. Es ist mal durchgesetzt. Also vielen Dank für den ganzen Einsatz, den Sie unablässig leisten. Und meine Damen und Herren, wir beide, wir haben ja jetzt heute richtig was auch gelernt in der Sendung. Es sind nicht nur Fragen beantwortet. Ich habe gelernt, dass eine Flex ein Ding ist. Das hält man seitlich und dann schneidet das irgendwas. Und der Laudelei hat gelernt, eine Flex-Train, da kann man sich reinsetzen und irgendwie fährt das Ding. Also insofern war es für alle Beteiligten eine erfolgreiche Sendung. Danke Holger Laudelei. Danke an Sie. Das war Leben mit der Energiewende TV. Das war Leben mit der Energiewende TV. Das war Leben mit der Energiewende TV. Das war Leben mit der Energiewende TV.